So, da sind wir. Da sind wir. Das ist der Modi. Anwesend wie immer. So, da ist diese Tia Danama, oder wie die hieß? Ja, die Hexe da halt, ne? Hast du abgestimmt hier? Ja, wofür? Ja, hab ich doch gesagt, die versunkene. Für sie mag es gar nicht stimmen, im Piratenleben. Nein! Du hast grad für das erste wieder... Stimmt. Das ist das erste, das haben wir durch. Wie krieg ich das jetzt weg? Das musst du wissen. Hm. Keine Ahnung. Kann ich für das andere stimmen? Ich kann nur für ein Piratenleben stimmen. Ach, die versunkene. Ja. Okay. Ganz angenommen. Wir haben es geschafft. Und wie auch immer. Und da haben wir dunkle Brüder. Ja, das ist dann wahrscheinlich das mit dem... Mit... Der Treffen wahrscheinlich erst auf dem... Karten. Ah, sie redet! Ja. Das tut sie. Sie erzählt die Story. Jack Sparrow lost his freedom. Ich bin ins Feuer. Also doch! Hm. Mir ist es langweilig. Das war so ermüdend, das Gespräch. Du brennst. Oh. Lass bringen. Wir sind nicht so verletzt wie das, denn Jacks Destinie ist entlangt mit dem Feind des Himmels, wahrer Liebe. Hat sie gerade eine rohe Muschel gefressen? Kann sein. Hör auf auf Dinge zu zeigen. Öh. Seck auf sie. Wow. 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 Die schwarze Perle. Sie hat gerade eine Muschel weggelutscht und eine Perle ausgespuckt. Seck auf dich. Wie dieses Spider-Man-Lieben. Mhm. Ja, man, auch noch der selbende Typen. Mhm. Passt ja. Man, was Skinshots gemacht wurde. Ah, die nehm ich aus dem Video. Schönes Meme. Okay, sehen wir uns gar nicht halten. Okay. So, an Bord. Einer Mann an Bord. Moment. Ich sage das Schiff an. Hast du ein Zweimaster? Äh, das ist... Nein, ich... Warum sollte ich ein Zweimaster nehmen? Ich habe das kleinste genommen. Wir sind zwei Leute. Was spaßig ist mit einem größeren zu fahren. Von mir aus. Let's go. Warte, 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 warte. Hm? Ich passte das Schiff noch ein bisschen an. Ja, verdammt. Es dauert ein Weilchen. Vor allem, wenn ich runterfalle. Ich habe mir einen neuen Glück lang gezogen. Okay. Ich habe eine passende Flagge. So, was müssen wir machen? Ich habe eine passende Flagge gehisst. So. Hat irgendwer... Hast du aufgepasst, was wir tun müssen? Nö. Natürlich nicht. Okay, wir haben ein Buch. Wir müssen wahrscheinlich wieder das große grüne Auge reinfahren, oder? Das ist gerade nicht da. Ich lese gerade das Buch, das wir gekriegt haben. Wir müssen hier erstmal abstimmen. Hier für Abbruch. Ich hab für Abbruch. Wow. Ich lese einfach mal vor. Mach das. Weit entfernt in einer anderen Welt, fernab des Horizonts, befindet sich ein unbezahlbarer Schatz in den Fang von Davy Jones. Als Jack Sparrow von diesem Schatz hörte, wurde er zu seinem Herzenswunsch. Mensch. Wie immer. Was für eine packende Story. Nachdem sein Schatz gestohlen wurde, jagte Davy Jones der Black Pearl in die Ferne Meere nach, wo er eine große Schlacht wütete. Die Pearl erlitt einen schweren Schlag, ihr Captain niedergestreckt von Davy Jones. Macht. Die Crew verlor ihre Hoffnung und blieb auf dem Meer. Danke für den Schuss. Gerne. Wo genau? Auf diesen Wassern hat Davy Jones keinen Anspruch auf jene, die ihr leben ließen. In dieser Welt verfügt jemand anders über die Macht. Jack ist tief gesunken, doch ein Fünkchen Hoffnung besteht. Das Herz der Pearl liegt tief unterhalb der Wellen. Okay. Cool. Okay. Wir müssen in die Tiefen reisen. Reise in die Tiefen, ja. Ich finde das Herz der Pearl. Okay. Wo sind die Tiefen? Die ist zwei Felder westlich von Old Souls. Von dem Old Souls. Okay. Ich würde mal gerade einfach sagen, wir legen einfach, wir machen einfach die Dinge ins los und dann. Ne, ich werde jetzt gucken. Und dann einfach los, einfach mal geradeaus und dann schauen wir mal. Nein, ich suche, ich suche jetzt die Insel, wo wir hin müssen. War es Black Center toll oder war es? Moment. Letztes Mal war es einfach geradeaus. Ja, schön. Old Souls war es nicht, Black Souls. Okay. Ist die auf der Karte? Die wird es nicht sein. Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Irgendwann in der Nähe wahrscheinlich. Old Faithful Heisen. 30 Cent. Das ist auch nicht. Wir haben so viele gleichen Namen. Boys of Plenty. Äh, ha, 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 ha. Klunderwelle. Old Souls, äh toll. Wie ist das? So, hier müssen wir, da müssen wir hin. Okay. Dann geht's los. Glaub ich zumindest mal nachgucken. Wir müssen, ne Quatsch, wir müssen zwei, eins, zwei, wir müssen drei. Wir müssen eins weiter rüber. Okay. So. Anker los. Okay, wir müssen also einmal übernehmen. Wir gehen los. Sehe, wir sind gespannt. Okay, dann steuers. Vielleicht ist es. Äh, das kann ja nicht gut enden. Wo müssen wir hin? Deshalb, deshalb frag ich. Nach Westen und nach Osten? Äh, wir müssen einfach straight geradeaus. Okay. Wir müssen exakt geradeaus. Äh, wobei wir müssen ein bisschen Südwesten. nicht ein kleines bisschen und südwestlich wenn es nur fest ist äh südwestlich das andere die kommen wie die Himmelsrichtung geschichten oder nicht wahrscheinlich nicht das bin ich mir straight Carlos ist ein bisschen schwierig mit dieser Flagge die wir gerade anhaben naja jetzt dürfen wir sie ja offiziell benutzen also ja was treibt es halt ein bisschen schwierig grundsätzlich willst du mal steuern ich kann das glaube ich ein bisschen du kannst das glaube ich ein bisschen besser hier dann hatte ich schon mal die Kanonen ich habe das Gefühl dass wir die brauchen sollten dass das das wir brauchen werden Prozent Kanone wo es Welsfass Proviantfass wo gibt es Munitionen wollen wir auf irgendeiner Insel noch halt machen und gucken was es so gibt äh nö wo gibt es Munitionen wo für nicht Munitionen hier äh da wo es immer Munitionen gibt in der Munitionskiste in der Munitionskiste hier Leitertruhe in der Munitionskiste genau hier aha da wo es schon immer Munitionen gab findest du sie ne aber da sind keine Kanonenkugeln drin ach so die sind im Fass mit den Kanonenkugeln Wasserfass Holzfass gibt es nicht wir haben keine Kanonenkugeln wir sind am Skullkeep und wir fahren einfach dran vorbei Gleitertruhe ne Ausrüstungstruhe Kosmetik Truhe ich häng mal die Segel in den Wind Priantfass wir haben Bananen an Bord sehr gut Bananen sind immer gut wenn wir angegriffen werden ja dann ich bin nicht sicher aber ich glaube hier kann man gar nicht angegriffen werden ich bin nicht sicher hier eine Banane ah ja du bist nicht sicher was ich bin nicht mal sicher ob wir hier wirklich auf einem offenen Server sind oder nicht ja also es ist ja eine andere Option als das normale Spielen von daher ich weiß nicht ob das die Startposition ist ich habe nämlich hier kein anderes Schiff gesehen bisher ok und das Wetter ist auch überaus scheiße auch im real life ich mache das Musik ich mache das ich mache das wir sind nicht mehr lange wir bist halt das andere Ende der Map wir sollten aufpassen dass wir nicht in Raid geraten oder wieder an einem Kraken zugrunde gehen oder so oder wir werden in Raid von einem Kraken und dem Megalodon angegriffen werden wie beim letzten Mal das war hier nicht wieder dass wir mal hin kommen zum Ziel das wäre mal ganz gut das war ein toller Stream ich wusste halt echt nicht dass die anderen Schiffe auch von den Viechern angegriffen werden können Tat abgeschlossen aha Mensch das ist eine Tat abgeschlossen ja und ja 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 das ist doch wohl das Seefahrterlebnis ne ja 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 die ja ja das ist es ja 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 es ist ja 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 eเข ich glaube genau ja 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 Oh, da wird es wieder morgens. Schießt du hier auf irgendwas? Oder bekommen wir Besuch? Nein, Besuch bekommen wir nicht. Was ist denn mit dem lauen Ding dort am Horizont? Müssen wir da hin oder? Das dürfte der Map-Marker sein. Die werden jetzt angezeigt. Ist ja grausig. Ach, du schießt hier oder was? Ja, natürlich. Verröntest du unsere Munition? Wir haben unendlich Munition. Wir hatten schon immer unendlich Munition. Okay. Es gibt hier keine Munition. Wir müssen halt immer an die Kiste, wenn wir es aufladen wollen. Aber die ist unendlich. Okay. Bist spiele ich auch schon quasi seit Belize, seit Jahren? Äh, eigentlich nicht. Mehr oder weniger doch. Du spielst seit dem Stream Belize. Nee, Prof hat mir das irgendwann zu schnurgen geschenkt. Aber nicht zu Belize. Ja, Kunst nach Belize. Ich weiß nicht, dass man unendlich Munition hat. Ich weiß nur, dass man sein Schiff auf die Klippe fahren kann und es das untergehen kann. Und dann ist man auf der Insel gefangen. Für ewig. Bis man sich auslohnt. Dann gehst du zur Meerjungfrau und dann fortest du dich zu deinem Schiff. Das war immer besser. Ja. Davon wiht. Vor allem. halt die seelfahrt da leuchtet was im wasser sollte man es rausholen oder siehst du dass das schimmernde zeugte oder wasser da ist jemand untergegangen ich bin schon unterwegs oder sind tun dabei ich bin schon unterwegs ich meine die bringen uns absolut nichts aber oder ist eine gute truhe dabei und das wir nicht antworten werden wer das ist ein dreizeit habe ich hier mit versuch ich nehme wir haben geankert ich habe ein dreizeit nicht schief gehen ist der ausrüstungsgegenstand oder verkauft wahrscheinlich blut von den neuen mailform sein mann streit sagt ist eigentlich unser ziel aber ich meine wenn wir da an außenposten vorbeikommen können wir auf das zeug kurz verkaufen wir wollen jetzt story machen aber wenn wir eh an einem vorbeikommen was wir wahrscheinlich tun werden weil wir noch so man an bord ja ich nicht ich hole noch den rest so wirklich den dreizeit hin ja das ist eines von den guten juwelen ich glaube der back ein bisschen im boden fest der dreizeit ich schwimme so schnell ich kann also mit 2 1,5 km h ich bin gerade wieder zurück ich suche alles mit dem kannst du auch die fässer mitnehmen weil ich sehe nichts ich habe hier nichts zum aussammeln ich habe gerade gruselige musik und ich werde angegriffen ich bin auf dem schiff das war weg weg von hier in den anker die werfen wasserbälle sie sind mehr jungfrau mann ja ich fürchte weil wir den weil ich den wegen das weil ich den fucking juwel mitgenommen habe nicht wegen des dreizeit der fünsteren gezeiten auf wiedersehen die idioten okay wo ist ja nicht aus dem posten wir laden den loot so was von da ab um nicht das ziel aus dem augen verloren verlieren ich habe einen dreizeit wir kommen gleich beim plunder vorbei wir müssen jetzt eigentlich nur noch süden okay also einen kleinen abstecher aber ich mache schon wieder aus ich habe wieder ausschauen haben wir einen leck keine ahnung guck mal nach das ist ja gerade auf dem weg nach oben und sie ist aus dann ist gut dann haben die echte haben die einfach nur das gemacht was die polizei mit den linken die muss immer macht bisschen wasser draufschulen okay ja wohl wir fahren gleich an Snake Island vorbei dann sind wir schon da oh ja der ist was wert die auch ja was macht man damit lol das ist tatsächlich eine waffe mach das schiff nicht kaputt oh ja oh den behalte ich ich habe sie gefunden meins oh das ist eine waffe ich meine wir gucken mal wie viel äh wie viel geld der bringen würde beziehungsweise wo ich weiß nicht mal wo wir den verkaufen können wenn wir den nicht verkauft kriegen dann werde ich den behalten als waffe Snake Island das ist meins ich habe es zuerst gefunden was die nicht mal ausprobiert oh nein Kanonen ich habe es aufgesammelt macht dich aufs flicken äh flicken, 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 flicken wir sind noch nicht getroffen worden alles gut was will, sollen wir ficken äh was wen auch immer du willst wir haben es noch vor 22 Uhr also ähm ja ja mein Stream ist als nicht jugendfrei gekennzeichnet von daher alles gut oh ich habe irgendeine Zuschauer hey nice ok hier willkommen im Stream bei Mordi begrüßt dir keine Leute dann hauen sie ab das war meine Absicht so ok wir wurden nicht getroffen kein Leck ich verworfene Frames ich habe keine verworfene Frames das muss an der Twitch liegen ups ach wieder so einer ist zu leise bei dir und ich habe meinen Follower ist das zufällig der dabei hier auch ist Super Video NXD äh kann ich kurz nach willkommen in willkommen in der Community Super Video NXD danke für den Follow ich kann mal ganz kurz gucken ja ich gehe immer auf Opera ich habe meinen anderen Account und auf Dings ach so hier sind die Kanonenkugeln interessant ich gucke gerade noch wie ich jemanden einsperren kann na nö wir sind andere ok ich sage jetzt mal keine Namen aber wir sind andere Leute ich sage Namen bei mir ist bei WM der fragt wie es uns geht ähm wie geht es dir Mordi den Umständen entsprechend gut es ist halt Freitag ja geschafft von der Woche oder was würde ich auch sagen wie immer du bist arbeitslos ich bin nicht arbeitslos da wurdest du feelinformiert ach ob du arbeitslos bist oder ob du noch zur Schule gehst ist alles dasselbe ich gehe auch nicht noch zur Schule aber gut wir kennen uns ich sehe wenigstens die super wenigstens die du siehst wir kennen uns sehr gut bei der gegenseitig wissen dass wir wir sind einander sehr vertraut kann ich denn hier eigentlich mit stumm schalten das wenigstens schalten niemanden wir sind gleich am außenposten ähm okay Schiff versenken würdest du bitte nicht unser Schiff versenken nö die Crew ist zu klein um darüber abstimmen zu können jemanden ein Schiffsgefängnis zu sperren wir haben kein Gefängnis wir sind zwei Leute hier unten aber ich kann dich nicht einsperren ein Prof dabei wäre wir haben hier kein Gefängnis oh wir haben eine Zelle hey hier mit deiner Zelle aber wie geht's dir super bei der NXT und 3, 2, 1 ich setz den Anker jetzt oh doch nicht gut ohne Schaden eingeparkt sehr gut das ist neu das ist neu freut mich dass auch dir gut geht's so bringen wir den Zeug bringen wir den Scheiß weg ähm ich bringe den Scheiß weg ich gehe nochmal zurück ich guck mal ob wir dein Zepter verkaufen können oh Mensch hier ist hier ist die nette Dame ich bringe so den Kistenmann so oh Leiter benutzen hast du grad für 1000 den Dreizeit verkauft? nö du hast grad was verkauft hab ich grad Doppeltgeld gekriegt du hast grad was verkauft cool Doppeltgeld ich guck mal wo ich den Dreizeit verkaufe oh das war ne Aufgabe wow ich bin drüben das war ne gute Waffe und sonst so was los an unseren Zuschauern mal gefragt was läuft denn meine Welt alle 2 ja heute ist doch der das ist das Problem der nächste der ist doch grad bei mir im Chat ja du hast den Chat du hast den Chat ich nicht so so verkauf ich den Dreizeit jetzt äh ich würd ich würd mal raten bei der Wahrsagerfrau können wir den nicht behalten natürlich ich würd den auch behalten aber ich weiß halt nicht ob man den überhaupt verkaufen kann so was die Wahrsagerfrau hier ist die Wahrsagerfrau oder? äh nein das ist der Truhn an die ist sollte eigentlich hier sein irgendwo so ich zieh das jetzt mittlerweile ich weiß nicht nein schiffsbrüchiger die sollte eigentlich hier sein hm ok äh das ist jetzt komisch nicht so viel los sagt er was ist bei uns los wir spielen gerade Sea of Thieves A Pirates Live auch hier oben hier oben ist sie also eigentlich spielen wir gerade Pirates aber jetzt haben wir es gefunden unterwegs dann haben wir kurz den Abstecher zum Posten gemacht also eigentlich wollten wir die Storyquest machen kannst du abgeben? ja ich guck mal die man kann angebote was meinst du mit Knochenarbeit ähm ähm toll dann können wir den nicht verkaufen weil es ist ja eigentlich doch nicht verkaufen ok kann es doch beim Handelsposten-Typ hier versuchen Bei wem? Bei dem hier? Bei dem Truentyp oder was? Versuch's einfach mal bei allen. An einer Menge, an einer großen Menge Gold hätte ich Interesse, Harry. Wie bekomme ich mein... Okay, du kannst also nichts verkaufen. Versuch's nochmal mit der Kaufbau. Bei dir dort drüben, oder? Ja, mit ihr. Dann behalten wir den Hals. Wenn er nicht verkaufbar ist. Nö, sieht nicht so aus. Cool, wir haben eine Waffe. Bis uns abgenommen wird. Du meinst, bis wir drauf gehen? Ja, bis wir erschossen werden. Mächtigen Dreizack haben wir. Können wir gebrauchen. Ich hoffe, wir finden noch einen zweiten. Meiner, den hab ich gefunden. Mein Spielzeug. Solange du damit die Richtigen triffst. Oh nein, äh... Mal schauen. Äh, nein, nein, nicht in die Richtung. Andere Richtung, andere Richtung. Ja, ja, andere Richtung. Ganz dringend andere Richtung. Au! Kannst dich damit wegschlagen? Hat das wirklich Schaden gebracht? Naja, du hast mich wegge... Stieß doch mal auf mich. Ich hab nicht gesehen, dass du weggegangen bist. Nee, du stehst bei mir. Du hast mich nicht getroffen. Lässt bei mir stehen. Dann. Lässt du auch voll auf? Ja, eigentlich schon. Ah, so. Ja, kannst mich wegschlagen. Was bringt's? Wie viel Schaden gibt's? Äh, bei mir gar keiner. Aber wahrscheinlich ist das eine richtig fette Sache. Okay, die Flagge ist gehisst. Äh, dann mach mal Wendemanöver. Ich gebe mein Bestes. Nein, Super William, du darfst nicht mitspielen. Oh, ist es gefragt worden? Lechter, lechter Seufzer. Ähm, dir verzeih ich's mal, weil du grad hier... Ähm, ich hab's, ähm, Super William, ähm, fürs nächste Mal... Schaust du mal einfach mal in meine... Das spiel in den Kachen! Fürs nächste Mal schaust du... Ich spiel in den Kachen! Äh, es gibt mir nur ein bisschen Runterscrolls auf Twitch. Da gibt's so ein kleines... Da gibt's so ne... Da gibt's so einen kleinen Beschreibungstext, da steht's drun, wo mein YouTube... Link zu meinem YouTube, zu meinem Discord und so weiter steht das. Da gibt's so einen großen Text. Den kannst du durchlesen. Das wird bei uns häufiger, das wird häufiger gefragt. Deswegen sind wir auch schon ein bisschen genervt. Mit häufiger meinst du, jeder Einzelne, der jemals in unseren Chats war, fragt immer genau das. Ja. Exakt. Äh, wir sollten einfach jedes Mal einen trinken, wenn jemand fragt. Also ich werd' einfach mal den... den 13 Mal unten ablegen, weil ich kann ja nicht... ich kann nicht wechseln, ich kann nicht... ich hab' nix... Ich kann nicht Musik spielen, ich kann... wenn ich den in der Hand habe, dann... Ähm, ja. Wenn wir den brauchen... Wenn wir den mal brauchen, dann sag Bescheid, dann renn' ich runter und tue den. Ja, aber cool, dass es neue Waffen gibt. Ach, brauchst dich nicht zu entschuldigen. Nee, es ist halt... Es ist halt immer wieder lustig, wenn Leute kommen und fragen, obwohl es halt drin steht. Ja, deshalb hab ich's extra eingeschrieben, damit... damit wir's nicht immer wieder... beantworten müssen. Irgendwann nervt's dann doch. Weil manchmal halt wirklich, Leute... Dazu hab' ich auch den... Dazu hab' ich auch übrigens den nur Follower-Modes, damit's dann... damit's... Damit hab' ich das Schlimmste schon vermieden. Oh, den muss ich auch noch einfach... Moment, 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 Moment. Dass die Leute halt nicht nur einfach reinkommen und fragen... Moment. Manchmal passiert's halt trotzdem... dass die Leute halt reinkommen und dann... Die Followern... Die Followern... Also, die Followern kommen rein, fragen, was sie mitspielen dürfen und hauen wieder ab. Und in Followern wieder. Dann haben wir einen Follower umsonst. sondern es ist ja stellt man den noch mal ein wasser einstellen nur follower mode an den aber ich habe hier weiter den weiter den musst du einstellen bis nachher super werden und guten hunger man muss essen gehen guten appetit nicht einstellen musste nachher machen machen wir nachher ja jetzt werden das teams ist ein bisschen schwierig kannst du kannst du mal lösen gehen einfach mal den stream offen lassen muss der nicht zugucken dann aber wenigstens zuschauer immer ausrufezeichen lök das ist immer eine ganz gute sache schön dass die ganzen switch begrifflichkeit mittlerweile drin hast ja und dann schön stream offen lassen dann kriegt dann behält der stream sende behält das team den zuschauer und da gehst du mir nicht verloren das ist gut für den stream dann wird er dann das zuschauer verloren oder was ja ich hatte gerade kann man irgendwie in der drin war er aber nicht geschrieben habe jetzt weg also wenn er abhauen wollte wenn essen gehen müsst und so weiter ein guter tipp einfach mal ausrufezeichen lök rein dann sehe ich das dann kriege ich auch hier eine benachrichtigung dass er das stiften gehen wollte und was okay ach so dass du das gefeuert ich wollte ihn mal ausprobieren und schönes team anlassen unterstützt nämlich wahnsinnig nach westen moment wir haben ja den fett wir haben ja diesen relativ bescheidenen winzig kleinen marker der uns auch auf der oberwelt sein probieren müssen ich glaube ich kann es dass da wohin müssen ist das dort sind wir noch auf dem kurs oder schaue gerade nach moment ja ich sehe die black pearl sehr schön ich nicht oder gibt es nicht das andere schiff das sind andere spieler das heißt macht dich bereit die kanonen zu lang weil das ist eine richtige das ist eine richtig wiese scheiße wenn nur bei story quest kann man dann vorbeifahren irgendwie gibt es da irgendwie ein weg drum rein oder dahinter ist halt die fucking story kann und kugeladen laden sie die kanonen ich bin bei dem sie den bereitzert in die hand ich habe noch mal ich hätte ich nehme noch ein paar feuer kann und donnerkugeln ganz drei zack ich habe den breiten du setzt sich an die kanon kugeln du setzt ja die kanonen dort in dem fass hier hier genau dort stelle ich an die kanonen stelle ich an die kugeln haben hier ich stehe hier in der ecke hier in dem in dem fass so ich habe mich aufgeladen mit kugeln ich komme mich umsteuern die könnten auch freundlich sein ich schicke meinen warnschuss raus wenn man schwämmen zufällt ok cool sind die überhaupt noch da ja sie sind noch da ok ihr wollt auf story quest markern auf leute warten leckt mich ganz ehrlich das ist wie der eine autofahrer heute beim heimfahren wir greifen die jetzt nicht an es sei denn die greifen uns an zurückgefeuert wenn nicht dann sind wir cool und wir haben die regenbogenflage dran das ist auch scheiße ich bin über bord man über bord bist du bescheuert ja vielleicht verlieren nicht den dreizack das ist unser einziger vorteil aber ich bin nicht an bord wir haben gerade keinen vorteil so jemalium frau hier ist gerade keiner die taucht gleich auf da ist er beobachte sie auch ist ein master ok zurück zum boot oder ist ok die sind zurück zum schiff folgende wir haben die schädelschlage draußen das heißt die erne ich modi du musst ich ich fand jemand wenn ich jetzt zurück zum schiff gehe von die ich mein dreizack stand da ja schön dann ich werde jetzt nicht umdrehen ich schwimme dir hinterher ich fand ihr den dreizack erst nicht schulen wir verlieren den dreizack wir verlieren den dreizack egal wir haben kann oder ich will den dreizack nicht verlieren ich finde die merken vor ich steuere hier die merken vor ist wieder weg ach da ist sie wieder er der dreizack geht jetzt verloren ähm borte dich zurück ich weiß nicht ob das geht ich glaube die muss erstmal loslassen nämlich dann ja los so ein scheiß ok damit ich bin da nicht noch nicht an die kanonen gehen noch nicht an die vorhaben oder ob es überhaupt spieler sind es könnte auch ein bisschen schätzt sein ok noch tun sie nichts noch tun sie nichts und wir haben die regenbogen flagge ist es kann auch durchaus sein dass die einfach gerade ihre eigene quest machen ja vielleicht stehen die auch in der story drinnen und wie wir gleich wahrscheinlich moment es könnte auch passieren man kommt direkt auf das zu hast du nicht push-to-talk an ja die sind in der story ich werde ich relativ ob wir es und der schwimmt viel zeug neben dem aber wir sind nicht in der story drinnen ja wir müssen auch hier hin offensichtlich müssen wir hier hin ok von bord gehen oder was ja ich würde mal raten gucken uns das einfach an im zweifel werden halt abgeschossen mein gott es haben wir hier soll man dort des schiffes gehen oder was haben wir jetzt hier vor ich weiß es nicht ich gehe mal kurz zurück zu uns weil ich bin hier auf der planke ich meine ganz echt wir berühren uns fassen das ist sehr offensichtlich ein spielerschiff also ok die sind sowas schon gab mit ist das denn ist das denn der fleck wo man die story gerät oder ist vielleicht sind sie dann schon vielleicht haben die das für sich reserviert das wäre ziemlich blöd das sind instanzen in die man normalerweise geschickt wird die kann man nicht reservieren und ich gehe mal an deren bord oder an deren schiff nein du hältst dich von dem ding fern zu spät ich bin an bord ist richtig asozial ok ich würde sagen ich tauche einfach mal nach unten wir müssen ja in die tiefe ja wir müssen tauchen oh mein gott das ist ja ein geiler soundtrack schlimmert in der tiefe ok irgendwas findet statt hier und wir trinken nicht also irgendwie ist tatsächlich da unten was folge den trümmern wir haben hier text angezeigt wird sich in weinen teilen ok ja weil die das ist was die frau gerade sinkt interessant ich glaube er trinken doch oder ich bin mir nicht sicher können eigentlich nicht weil er das viel zu tief wir sind ja gleich straight runter nein tun wir nicht doch ich ertrinken ich ertrinken gerade halte dich an die trümmer genau an die trümmer dann kriegst du wieder sauerstoff ok oh ich glaube ich sehe den mast von der pearl ja ein sauerstoff quellen hier an der war interessant finde das jetzt alles ist das unter wasser level oder was offensichtlich und es ist ein gutes hoffentlich nicht ich nicht ja das jetzt eindeutig wo wir hin müssen ok ich hänge fest ok was haben wir da ich sehe nur deinen nametag die ganze zeit ja schön und ich weiß nicht wo wir weiter hin müssen ich stehe hin wahrscheinlich ah hier sauerstoff ich ertrinken wieder sauerstoff genau da kann ich ertrinken tauch von unten ins schiff ok und nun ok wir sind sehr viel tief in irgendeiner instanz das ist klar ok hier geht es weiter runter jetzt geht es weiter runter trinken weiterhin das ist ein effekt von weil wir in der story sind wahrscheinlich ist das das was wir den sauerstoff wieder ausfüllen auffüllt ok du meinst ich meine wenn ich wenn ich wirklich ertrinken würde dann würden das werden das wäre schon passiert lange wie wir unter wasser sind ja aber alter es sieht geil aus der soundtrack ist mal richtig geil oder wir sind auf dem meeresgrund ich wusste ich mal dass das spiel meeresgrund hat auf jeden fall auf jeden fall weit im weiten besser als das was wir bisher alles so sie oft tiefs unabhängig von der piraten von der flucht der karibik story gesehen haben ja das ist so viel cooler als alles bisher ok jetzt bin ich hier also ich meine wir haben die tolltales lieber gespielt wir haben den eigenen nebelschleier gefunden und dann gab es bugs ok wir müssen also weiter schwimmen ich folge dir einfach mal ja ich habe eine erschreckend gute orientierung in sachen videospielen also ich finde es ein bisschen traurig dass wir den dreizack verloren haben wir sind höchstwahrscheinlich mittlerweile irgendwo instanziert das ist das dürfte hier nicht mehr die normale overworld sein wenn ich raten müsste ich gehe mal davon aus sonst würden wir ja nämlich auch die anderen spieler sehen die offensichtlich auch in der story waren und aus irgendeinem idioten grund die rote totkopf flagge benutzt haben und wir haben uns erschreckt weil die flagge da war okay und wo bist du jetzt ich bin noch draußen ich erkunde ich sehe deine nametech nicht mehr scheinbar irgendwo drin aus dem boot auf dem schiff oder was oben ich schwimme hier einmal in die flagpole rum weil ich glaube man hat ich habe gerade ertrink sound ja dann bist du zu weit weg ich bin auf dem schiff ich bin direkt hinter dir oh ich habe auch welche moment ist das ein fehler oder muss das so automatisch aufgefüllt okay und wo müssen wir jetzt hin ich gehe mal davon aus rein aber ich will mir das ganze schiff angucken durch die luke durch vielleicht und hat er in seinem leben noch nie die chance okay wir brauchen den schlüssel doch hier können wir hier können wir rein hier hier ist wahrscheinlich auch genug luft unten wir haben unendlich luft hier wissen in der story gerade oben nicht offensichtlich ja doch hat mir es wird doch automatisch aufgefüllt wahrscheinlich durch den zauber mit der muschel den die alte davor gemacht hat okay wo geht es hin dann geht es hier durch die trümmerweizer durch schwimmen vermutlich und da liegt irgendwas ein schlüssel ist es ein schlüssel ne und so krampfe ich so ein so ein kristall oder so pick up moment ja hast du gerade pick up key ach so aber das Ding lebt wahrscheinlich noch pass auf vorsichtig ne wenn ich gerade müsste ich sagen das ist der gegen den jack da letztens schlüssel schlüssel zur blöcke ja ja das kommt hin ja ich habe einen schlüssel zur blöcke perl hieß der ok wo müssen wir jetzt hin treppe hoch oder was ich fange mich gerade hier durch ne wir gehen einfach wieder zurück wir müssen zum captains quartier ok boah das ist so cool definitiv warum war das spiel nicht von anfang an so das war jetzt auf jeden fall nice du hast ja schon du hast du hast ja auf jeden fall du hast ja schon bevor diese die piratensache die flucht der krebik rauskam meinst du ja fast du willst das spiel nie wieder spielen ja wegen diesem scheiß season pass zeug ok wir sind drin ok und du hier liegt irgendwas text kompass die legende ja man kennt es oh er zeigt auf dich können wir den nutzen ja er zeigt auf dich er zeigt auf dich er zeigt auf mich er zeigt auf mich er zeigt dir auch immer das was man am meisten begehrt er zeigt auf dich er zeigt auf dich er zeigt auf dich er zeigt auf dich er zeigt auf gar nichts der zeigt er ja schon klavik wie kannst du ihn benutzen hast du ihn ablegen ich weiß es nicht oh wir brauchen sauerstoff oh ja ich kann dir angucken ich werde wahrscheinlich zu spät kommen ich werde wahrscheinlich zu spät kommen ich auch ich kriege keinen sauerstoff oh nein das ist natürlich jetzt blöd verkackt lassen wir nochmal runter bist du auch tot? noch nicht oh ich wurde aufgeladen ja ich bin im storygebiet wieder ich hab dem fährmann meine seele angeboten oh mein gott ich bin im storygebiet ich nicht hu darauf erstmal da gibt es noch eine möglichkeit mich anzu an zu ne wahrscheinlich nicht oder mich wieder zu beleben äh wo bist du denn ich seh deinen nametag ich bin wahrscheinlich gleich wieder auf dem schiff ich bin tot ich bin auf dem schiff des fährmanns okay ich glaub aber ich brauch den kompass ich weiß nicht ob ich den noch habe ja den wirst du wahrscheinlich liegen gelassen haben wo wo bist du gestorben? kurz vorm kurz vorm vor der luft und ich bin wahrscheinlich wieder an ja ich bin wieder auf unserem schiff ah unter deck also bist du gestorben oder was? ah da bist du ich seh deinen nametag schön jetzt bist du derjenige der runter schwimmt haha ja ich bin derjenige ohne kompass ohne story relevanter item in der story es müsste irgendwo an der luft neben dem schiff liegen ich war schon an der oberfläche ich war schon fast oben du bist nach oben geschwommen? ne ich war schon du bist hoch geschwommen und dich auch wir wollten luft holen der kompass liegt irgendwo auf dem schiff auf der oberfläche nicht unten nicht in der kajüte irgendwo sondern oben drauf inhaltlich sagt nicht mal die ich komm grad ich komm runter modi dann suchen wir gemeinsam such das schiff ab nicht innen drinnen sondern außen um das schiff herum irgendwo musst du doch liegen ich seh deinen nametag ich komm jetzt mal kurz dahin wo wir eh unendlich luft haben vielleicht liegt dort auch irgendwo der kompass du müsstest meinen nametag auch langsam mal sehen wenn du nach oben guckst ja da oben bist du da schwimmt grad dein zweck auf dich zu oh mensch ich hab den dreizeck gefunden den dreizeck oder? vermutlich das ist relativ weit abgetrieben das wäre ja sehr schön dann nimm ihn mal wieder mit nimm ihn mal mit der liegt hier zumindest auf der position wo er es wahrscheinlich nicht sein sollte ist das vermutlich wirklich uns dann nimm ihn auf jeden fall mit ich will erst mal wissen äh moment ah ok ich hab das ich hab den kompass ok sehr schön ich komm zu dir ok er zeigt uns das nächste missionsziel an ok ich ertrink wieder das ist doch die luftkönne da ist luftkönne 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 es ist unser dreizeck dann heb ihn auf nimm ihn mit ich hab ihn schon deshalb kann ich dir auch so direkt sagen der ist nach unten gesungen und direkt hier gesagt das ist ja sehr schön das heißt aber dass wir tatsächlich in der echten overworld sind aber ich bin klar kann es sein dass ich den reiz auch nicht sehe der ist genau hier wo da wo ich jetzt bin genau vor mir habe ihn gut dann bin ich der navigator und ich werde jungen da ist und bringt uns weiter okay ich habe den ich habe warum habe ich den jetzt war nicht mehr ich bin mir nicht sicher hast du jetzt gedrückt ich habe ein schwert in der hand es entweder weggepackt oder oder von der story entfernt ich esse tomaten beziehungsweise granatäpfel die heilen übel ich kann nur einen nehmen du kannst fünf nehmen und hier ist munitionskiste das heißt wir werden wahrscheinlich bald den kampf haben unter wasser ich habe nur einen moment warum noch so ich werde dann mal weitergehen und ich habe auch schon die leise vermutung wo wir ein müssen dürfen dass wir nicht ersticken ja das könnte problem werden aber zu den zu luft dingen zu den luftlöchern mensch wir müssen in diese sehr unauffällig gestaltete höhle die ich sowieso von anfang anreihen wollte wie unerwartet okay ich hoffe du hast noch mal luft genommen wir haben hier fremde erwachen fremdes erwachen und guck dich um es kann sein dass hier irgendwo sie kürzen ich weiß zum beispiel dass wir auf der ersten insel auf jeden fall einen haufen easter eggs übersehen haben okay wir haben wahrscheinlich jetzt auch luft luft wo ihr könnt zurück zum schiff gehen wollen wir aber nicht okay was ist das für nirgendwo du hast richtig reagiert hau doch mal passiert aber nicht viel wir können auch schon durch hey okay gut ich navigiere weiter ich muss den navigator okay wir müssen an die leiter an welche leiter an die leiter halt ist ja immer noch alles super schön hier ja jetzt sind wir aber definitiv in dem storygebiet so oh der kompass ist so cool ich hätte ihn gerne als skin für den in-game kompass okay vielleicht kriegen wir den ja wer weiß munitionskiste hurra ich habe noch zwei schuss wir haben eine kiste hier wir haben unendlich schuss wir müssen nur geschickt damit umgehen weißt du was ich gerade ohne scheiß machen wollte äh nö ich wollte gerade q drücken damit ich wie in outer world in bullet time gehen kann ich habe das spiel zu lange gespielt glaube ich okay wo sind die gegner hinter dir das ist schön da kann ich super auf sie zielen keine muni mehr und zack und die pistole war definitiv die richtige wahl dafür und die sniper nicht so wirklich die munition ist schön präzise und effektiv und ich gehe gleich drauf wir haben kisten mit obst und ich erledige den dicken du kümmerst dich um die kleinen ich habe viele shooter in meinem leben gespielt ich weiß wie man mit dicken gegnern umgeht rausschießt und hoffen dass wir ihn nicht treffen oh nein quatsch ich dachte wir könnten ihn irgendwie munitionskiste ich kümmer mich um den kleinen typ dauerst die großen sind super easy und die kleinen habe ich auch erledigt die großen sind ja mal super easy weil die so unfassbar langsam sind jetzt habe ich noch ein armes modi ein gegner das heißt modi der ist ziemlich breit ja ich gebe keine 190 aus um das charaktermodel zu ändern sirenenherz ok warte hat für eine tochter was für eine tochter was du hast eine tochter nein wir sollen irgendwie ihre tochter treffen ok warum sollten wir wo müssen wir hin keine ahnung hier wahrscheinlich zu ihr du bist der navigator es riecht zum schiff warum sollte man wo müssen wir hin in die mitte vielleicht hier oder da war ich schon da kann ich nichts einsetzen ist er zurück glaube ich nicht vielleicht durch da durch die durch die offensichtliche höhle hier hier dem fehlt ein herz das wer war war wie ich sehe es nicht hier der hier der einschlag oder ich habe das jetzt nicht das musst du haben ja ich habe es auch gerade eingesetzt und jetzt funktionieren sie ich habe gerade drauf geschlagen oh oh ah ok achso das bewegen sich wenn man drauf schießt oder sich drauf kommen ah ok da passiert jetzt was ah lol haben wir ich glaube wir haben es random richtig gemacht oder aber was aber was jetzt ja wir müssen die drei so ausrichten wie sie sein sollen achso ja hier ist hier ist ein hinweis es sind aber vier er mit dem juwel muss mit den armen nach unten haben das ist der hier was macht der hier der kollege hier arm nach unten ähm der mit der kette ja den habe ich hier ich habe den mit der kette der muss den arm nach oben haben ganz nach oben oder ja er soll sehr deutsch sein ok bist du hier ja passt oder müsste passen ich glaube der passt hier noch nicht oder ja passt sie fangen an zu leuchten bei mir nicht ah doch ja da regnet es es regnet was oh oh nein nein wir werden hier ertrinken oh nein ja wir werden im speichel von riesigen statuen ertrinken nimm unter wasser der will oh nein wir müssen nochmal noch so dingen ok alle drei müssen den armen hoch und der andere muss hier ok eine drei hoch und der dritte vierte muss der steht ist aktivierung ok runter tauchen alle den haben hoch oder oder runter alle hoch ok der hat schon hoch ja und hoch hier auftauchen ja du trinkst ich tauche sehr schön und nun warten wir ja oh was passiert ein geysir oh ha oh ich bin oben ich nicht du musst nicht mehr was drücken oh ein weiteres ritzel und weitere gegner ja das habe ich an der munitionskiste die hier liegt erkannt ein schuss noch sack ich wiederhole unendlich schuss munitionskiste ich habe keinen schuss mehr ich habe keinen schuss mehr äh zack warum kann ich mein arsenal benutzen hier ich will jetzt nicht meine waffen wechseln oh du sollst vielleicht deine waffen wechseln es wird meine wachsen wechseln äh so hier die kanone hier wo ist er äh ich muss erstmal ich muss erstmal einen granatapfel weg snacken ne die snapper fand ich doch präziser hehehe ich ich gehe jetzt einfach mal auf doppelt na komm irgendwas schützt sie ne ich treffe sie aber ich glaube der kollege hier schützt sie ja jetzt na komm schieß ich komm den mann mit der shotgun weg Gott die macht einen ordentlichen Schaden holy shit hier ist noch einer die shotgun macht den richtig üblen Schaden hier ist noch einer warte den den mach ich der hab mich vorhin fast getötet ich guck mal was noch so für Arsenal hat ja fühlt sich gut an sie reden herz shotgun sagst du immer Seefahrer Pistole und ein Seefahrer Donnerpülze ja das sind deine Waffen prachtvolle Augen des Weitblicks an mir halt ich rüste mal lieber die wieder aus damit komme ich besser klar so nun jetzt haben wir noch eine Hitze mit diesen Figuren hier so der eine muss so der mit der Kette muss nach gerade zeigen und der mit dem der mit dem Kreis muss der mit der Kette muss nach oben gerade zeigen ne so nicht wo ist die dritte Statue ich hab hier ne Kette ne Kettenstatue ich glaub so ich hab den anderen mit dem Kristall schon eingestellt aber wo ist die letzte Feuer so ne Korallenstatue ja die Korallenstatue ist schon korrekt aber wo ist die dritte Figur da ist eine da ist noch eine hm der mit der Muschel vielleicht ne das der äh ja wir haben Kette und wir haben Korallentyp aber oh nein ich bin runtergefallen ich bin tot wo spawnst du äh kannst du mich wieder wecken kannst du mich wieder runterholen ich bin grad auf dem Boden äh gibst du irgendeine Möglichkeit wie du mich runden wieder wiederbeleben kannst ja warte kurz ich schwimme ich bin eventuell gleich tot äh ich bin auf dem hast du grad hast du deine Seele grad angeboten ne die ist automatisch gegangen ich hab versucht das dazu oh komm schon ich muss das ganze hier wieder aktivieren ich komm wahrscheinlich wieder auf dem Schiff an ich komm wieder auf unserem ganz am Anfang der Story ich muss wahrscheinlich wieder von vorne kommen wieder die ganzen vielleicht gibt es eine Statue die war kleinen Shortcut den ich aktivieren kann ich versuche einfach nicht drauf zu gehen mach nicht ohne mich weiter ich komme gleich hoffentlich gibt es einen Shortcut hoffentlich gibt es einen Shortcut ach jetzt ich bin hier ich bin bei dir cool hast du einen Shortcut ja ich bin hier ich bin einfach hier aufgetauscht gut dann finde mal die dritte Statue ich bin wieder überlebt ich bin wieder überlebt worden hier ist gar kein Shortcut ah da ist die Statue ich sehe sie oh da oben hier ich schieße grad drauf oh ihr seid böse Moment wie muss sie gerichtet sein sie muss nach oben okay alles gut bist du hier oder ja Moment ich mach den Mann mit dem Muschelhorn und yeah hast geklappt jetzt wird wahrscheinlich hier gleich was rauskommen oder so irgendwas passiert auf jeden Fall ah da kommt wieder Wasser raus oh nein wir werden ertrinken wir werden weiter ansteigen also ich finde die Sache jetzt hier schon besser als die wir jetzt mal gespielt haben wie mit dem Tote Männer erzählen kleine Geschichten und so weiter das Parcours Zeug ich finde es deutlich besser das Parcours Zeug war spielerisch auch nervig auch und ich finde irgendwie sie ist auch ein besserer Charakter als der der Mann von der Achterbahn den sie einfach nur rausgewebt haben übrigens äh falls du dich gemerkt haben solltest der Schädel von dem Captain war tatsächlich eine Anspielung an äh Monkey Island ja ja der sprechende der sprechende Schädel sag ich doch das war tatsächlich eine Anspielung ich hab doch kurz auf Monkey Island gespielt hier geht's hoch ja und hier geht's runter hier ist eine Statue müssen wir hoch oder runter ich erkunde nur ein bisschen ich glaub wir müssen hoch du bist wahrscheinlich das Gerippe hoch ich bin oben die gewaltige Wirbelsäule was was ist hier gestorben? ähm hier haben wir ich hab nicht so eine Statue komm her ich bin auf dem Weg nach oben hier ist noch eine Munitionskiste hier geht's durch ein weiteres Portal durch hier würde ich sagen Portal zurück zum Schiff hier ist ein Safepoint wahrscheinlich und hier geht's weiter ja okay da bist du oh Zeichnung oh ich glaube das ist hier gestorben oh wir haben auf jeden Fall ah Mensch den kennen wir doch wem ah die Dreizack du hast den Dreizack ich hab noch einen Dreizack ich hab noch einen Dreizack ich hab noch einen Dreizack wir haben einen Bosskampf und ich hab das Gefühl dass der Dreizack gar nichts oh mein Gott was und ich hab das Gefühl dass der Dreizack hat ich glaube jemand hat gerade Cthulhu beschworen oder sowas holy shit und ich erzähl dir was ich glaub der Dreizack ist gar nichts besonderes wir haben ihn einfach aufgelesen weil das das war ein Teil des kriegt man einfach bei der Story wenn man die Story abgeschlossen hat ja er hat mich halt außerhalb von der Story das ist schon was ja aber der ist gar nichts besonderes den hat jeder wir haben noch nicht wir dachten wir haben irgendwas besonderes irgendeine besondere Waffe bekommen aber die kriegen wir am Ende einfach das ist die wenn wir die Story abgeschlossen haben kriegen wir die einfach jetzt müssen wir mit dieser Waffe wahrscheinlich den Typen abschießen den Kollegen die Tochter die Queen der Siren und dies ist die wahrer Majestät meiner Domain oh Gott ok was machen wir jetzt die Story abwarten und lesen oh mein Gott muss man nicht kämpfen aufzuschießen wir haben wahrscheinlich nur begrenzt Moni glaube ich aber nicht ok die versunkene Pearl für die Pearl ich habe das Gefühl wir müssen die Tochter töten so durch das Portal würde ich sagen oder wir müssen ok ok und ein neuer Follower hier das ist ja gerade sehr gut willkommen in der Community jau ta den Namen kann ich nicht aussprechen sorry ich sterbe hier gerade schon wieder sterbe ich auch willkommen ihr könnt nicht wieder rein ich erschieße gerade die Meerjungfrauen versuchte gerade zu sterben ich bin tot ich noch nicht aber gleich ich habe aber einen Sirenenanführer mit mir ins Grab genommen ich wahrscheinlich nicht ich bin berühmter geworden gibt es noch einen J ich steue mich eigentlich noch Moment ich steue mich noch Moment ich muss kurz hab ich zum Schauer ich habe den Blumen erhalten alles gut ja und ich bin auf der Fähre der verdammten Mensch na ich auch hey Moni und willkommen willkommen jauta 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 ok jauta willkommen im mehr oder weniger zusammen stream wir sind doch beieinander und nein du darfst nicht mit spielen ich sag's direkt nö wir spielen zu zweit Moni und ich ist gerade in dem Moment zufällig die Frage gekommen nein gerade nicht wo sind wir ach ich komme jetzt ich bin noch nicht drüben was jetzt ich tauche jetzt gerade ich bin unsicher wo wir gelandet sind oh nein ok ich weiß wo wir sind wahrscheinlich ohne Waffe bei dem ja ohne Waffe bei den Leuten bei denen wo ist der dreizeck den ich verloren habe die sollten wir schnell finden sonst sind wir gleich wieder tot ich habe noch drei Schuss ich habe hier eine Statue zurück zum Schiff ok nein das ist es nicht ok eine Idee wo wir die dreizeck gefunden bin bei Kapitel 5 kurz vor Ende ok nicht spoilern dann nicht spoilern jautja nicht spoilern es ist wirklich zu viel spoilern es geht doch eh nur ums Gameplay oder wie toll wir haben halt kein fucking dreizeck ja es ist jetzt schlecht oh ich glaube wir haben dreizecke hier bei mir ja die Toten hinterlassen welche wo bei mir unfassbar viele ach da hier sehr schön deine Kämpf Ladies ihr seid tot yo ok ist gerade einer von meiner Schnauze gestorben aber ich sehe keinen sonst sehe ich hier keinen ich sehe nur einen Modi ja ich muss gerade ich muss gerade Dinge essen ok gut irgendein finales Ding kämpfen wir müssen wir gegen das Tentakel-Ding kämpfen nein hoffentlich nicht jetzt gerade hier unter Wasser na komm aufladen und volle Bulle ui die sind one shot wenn du voll auflädst ja aber da muss man uns treffen wo sind sie wo ist sie einer da ist einer mein Schatz sehr schön und da ist noch einer ja komm mal hier ja ich schieße und da unten noch einer sehr schön den habe ich anledigt wo sind mehr ich sehe gerade auch nicht wirklich ok der trinke ich gerade luft holen ja oh der erste der modi modi hör dir das an mitspielen wollte ich gar nicht der erste der nicht mitspielen will der erste reinkommt und und nicht mitspielen modi er will nicht mitspielen er will nicht mitspielen er will ein zuschauer der reinkommt und nicht mitspielen will ach das ist so befreiend ich habe keine ahnung ob ich überhaupt mein handy ist ausgegangen währenddessen das ist sehr schön ok ich erkunde gerade ein bisschen aber es scheint als wenn wir durch oder äh ich weiß nicht bin mir gar nicht sicher ich habe keine ahnung ich habe gerade noch einer erschossen ach ja da kommt noch einer direkt vor mir vor meiner schnauze der tötet mich oh fuck ich glaube wir sind noch nicht durch ne aber ich habe keine ahnung wo die sind die sind faktisch unsichtbar und da direkt vor mir eine schnauze und modi ich brauche vielleicht meine hilfe ja wenn ich ihn sehen würde direkt bei mir da wo ich bin ja die sind fast flucht schnell und fändig ist zugekillt ok cool ja und jetzt ich esse nochmal einen granatapfel sollte man vielleicht irgendwo hin oder ich kann man schwer ich glaube wir müssen einfach noch kämpfen bis es weiter geht wie lange ich habe 30 abgelegt da ist da sind noch kollegen du musst mich gerade mal beschützen ich muss gerade was essen ich habe den 30 verloren ich werde angegriffen moni ich werde von allen seiten ich habe gerade einen doppelkill gemacht den typen da kriege ich auch noch wir haben drei zack wieder er greffe mich an verdammt erledigt ja wir haben ein sirenenherz ist vorbei sehr schön für die crew ich nehme drei zack mal lieber mit ich nehme drei zack mal lieber mit es wird noch irgendwas unterwegs ich muss gucken wo zum teufel das sirenenherz einsetzen müssen wahrscheinlich da hinten das habe ich schon vorhin gesehen oh mein gott ich hoffe wir kämpfen gegen dieses tentakel vier am ende mit der pearl ich hoffe es so sehr das wäre so cool aber bitte nicht unter wasser mit zwei drei zacken das ist ja ja spaßig okay hier haben wir zwei symbole das eine zeige nach links und das andere zeige nach rechts ja das ist die tür die geöffnet werden soll wo ich gerade bin vielleicht sollen wir den dreizecke in die hand drücken oder kann das sein ich weiß nicht wo du bist ich sehe dich auch nicht mal hier bei der tür ach ok lol und wo bist du ich bin gerade über dir ich sehe es es sieht aus wie drei zacken wir müssen den statuen dreizecke in die hand drücken modi davon gehe ich aus nee es ist wieder dasselbe rätsel wie vorher nur sind die statuen wahrscheinlich jetzt über dem ganzen gebiet verteilt oder hier direkt neben der tür zwei statuen der eine braucht einen dreizeck der nach rechts zeigt der andere nach links ich fürchte wir müssen den dreizeck in die hand drücken ach lol hat einer von denen kein Herz der hat ein fehlendes sirenenherz ich bin unterwegs ich schwimme mit atemberaubender geschwindigkeit fehlendes sirenenherz ja der da drüben was mit dem mit dem ist alles gut aber jetzt können wir es ich sehe es ich sehe es wir müssen beide nach unten wir müssen sie zeigen nach unten nach oben oder hier zeigen sie nach oben wie auf dem bild die müssen nach unten seien eigentlich sicher ziemlich ja na komm der ist jetzt in der mittel ich mach kurz so ok dann lass ich ihn mal das muschelhorn blasen korrekt korrekt und jetzt die tür geht auf und meine waffe ist hier lang die sirienzitadelle ja oh nein das klingt nach kampf ich hab das ich hab das schwert ich hab das ich hab den Dings noch ich hab den ich hab die waffe noch mit dabei das ist gut den dreizeck und ich hab noch keinen schuss mehr ich hab ein schweres das muss reichen ok ok kommen wir hier nicht durch oder was ist ja wieder so ein muschelding müssen wir irgendwas aktivieren wahrscheinlich wir müssen wieder so ein leuchtendes muschel hier sind wieder start oder ist das das wo wir herkamen das wo wir herkamen sieh da sind es drei hier ist eine wand hier wo hier ich sehe dich nicht wo ich bin ich sehe dich ah hier und ich hab den dreizeck verloren die leuchtet nicht sie hat nichts zu sagen ich hab den dreizeck verloren aber können wir hier durch ist so ein Dreck schimmert wieder ne sie ist so ein muschel müsste wieder so ein leuchtendes muschelding sein eigentlich hier vielleicht wenn es leuchtet schießt du drauf bitte hier leuchtet vieles aber ja du weißt wie ich meine du weißt wie die Sachen die immer die Portale aktiviert haben hm 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 vielleicht hier hier ne das ist eine Hirnchoralle das ist normal weil immerhin sterben werden wir hier nicht das ist schon mal gut meister da müssen wir durch genau das Ding hier das ist eine Lichtreflexion Lichtreflexion hey ja ich bin sicher einer hat gerade Luft geholt also wo müssen wir hin ich weiß es nicht sie gefangen ok auf alles drauf schlagen was irgendwie die verdammte königin sie hat uns besiegt ok jetzt könnte ich doch mal einen spoiler gebrauchen h 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 was tun wir hier die Proben auf jeden Fall irgendwas in der Ecke h h h wo 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 hier ok ich habe gar Luft geholt ja komm rüber hier umdrehen Sekunde ich hole gerade ich hole gerade Luft und jetzt hier ist ein Tunnel das ist sehr schön das ist auch nochmal Luft und da werden die Portale deaktiviert und oh Gott oh was oh Gott die Frau mit den Tentakeln war da aha ok ist eine Kanonengugelding ist eine Munitionskiste muss ich nochmal nutzen ja 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 also du sagst du meintest ja mal du magst keine Horrorspiele äh ja so ein bisschen bisher ist noch hier nicht viel Horror ja für dich nicht ich hatte gerade einen übelsten Jumpscare äh ich bin gefangen ja ich bin auf der anderen Seite ha 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 vielen Vergnügen mit der Dame ja ich komm nicht zu dir rüber modi jetzt hier kannst du irgendwie ich hab jetzt ich hab jetzt ich hab jetzt hier diese drei ich hab jetzt wieder so ein Rätsel so drei Tag der eine macht nach oben der andere in der Mitte und der andere nach unten ein nach oben in der Mitte also der der mit der mit der Kette hat ich bleib mal hier stehen und du suchst die Sachen der mit der Kette macht nach nach ganz oben der mit dem Kristall nach in der Mitte also gerade und und ist der mit der Kette oben mit dem Kristall in der Mitte und und ist der mit der Koranen nach unten Oben Kristall unten Ne Kristall in der Mitte Koranen nach unten Koranen Achso das hier ist Koranen Moment Zweiartiger Oh hier kann ich hier sind Reizsacke der Kristall der Kristall muss in die Mitte der Kristall hast du das? Ja Kristall ist in der Mitte wo ist der Tompetenmann Haben wir die schon gefunden? Ich hab hier die drei okay Oh nein ich sterbe die Kette Gibt's denn Sauerstoff irgendwo? Ich bin nicht sicher Ich sterbe auch gerade Aber wir mussten das doch machen hier das ist doch Natürlich müssen wir das machen Muss doch eine Sauerstoffkette geben Ach bitte Sie haben das nicht gut programmiert würde ich raten Ich würd sagen wir gehen einfach unter die wir müssen Gibt's hier irgendwo irgendwo den den großen Mann oder Kannst du mich wiederbeleben? Ich sterbe gerade selber Dann sind wir uns ja gleich Hey Ich bin gerade selbst tot Müssen wir das jetzt schneller machen Offensichtlich Schiffsbrüche gehören der Schraubt Ja gut wir sind halt wieder da ne Mal schauen wo wir wieder rauskommen Oh Die sind nicht die einzigen die gestorben sind Und nur tu und Karl Okay Mensch ich rate ich rate mal er ist bei der Tochter gestorben Aber cool das Was? Eine Laterne benötigt Wohl Gehen wir wieder zurück ins Leben Gehen wir wieder zurück ins Leben Oh wir sind hier Ich bin noch auf dem Schiff Ich tu'n zurück Ja du kommst gleich So Ausgerichtet müsste noch alles sein Da sind wir Ich such den Trompeten Kollegen Moment hier ist ein Flaschenzug Ist noch alles ausgerichtet Ist noch alles ausgerichtet Ist noch alles ausgerichtet Ja Klaschenzug vielleicht bringt ja auch was Moment wir konnten doch Konnte nicht irgendwie Seile durchtrennen Ich weiß nicht Ich schlag gerade drauf das bringt nicht viel Ein Dekon zu sein Okay wir haben nicht viel Zeit wir ertrinken hier unten Also Hier ist auf jeden Fall ein schicker Anker Komm mal versuchen Die sind alle ausgerichtet Ja Vielleicht passiert es von selber wenn die richtig sind Nee Mussten die bisher immer Ich probiere mal mit einem Dreizack auf das Seil zu schießen Eventuell Das wäre ne Idee Wo sind die Dreizacker? Die sind direkt neben dir Vorsicht Ich sehe sie wieder mal nicht Nö Wir haben nicht viel Zeit wir ertrinken hier unten Eventuell war es auch nur ein Back Wir haben auf jeden Fall super viel Zeit War der Trompetentyp vielleicht unten? Nein hier kommen wir her Wo kam wir hier her? Ja wir kam hierher So wo ist der Trompetentyp? Ähm Vor allem wo ist der Aufgang hier wieder Ach herr hier Vielleicht müssen wir hier hochschwimmen Ah ich bin aufgetaucht Was? Ich bin nach oben, schwimm mal einfach nach oben Lol Und wir sind ertrunken Das ist safe nicht gewollt Das ist safe nicht gewollt aber Das ist super nützlich Das ist erklärt das ertrinken Und jetzt? Ich weiß nicht Hier gibt es so ein Symbol irgendwie Ja ok ne Können wir den flachen Zug hier vielleicht kaputt machen? Ich gucke mich noch ein bisschen oben Eventuell finde ich noch was Ich bleib mal hier oben Ich bin jetzt nur in dem Raum oder? Ist das nicht der Startraum gewesen? Hm Da kommt man nicht durch Ist doch irgendwas Das fühle ich doch Du fühlst es? Ja ich fühl's richtig gerade Ich höre du schießt mit dem Kreizsack rum Ja ich hab da ein grünes Ding gesehen Ich hab's versucht so ein bisschen Vielleicht bringt's dir irgendwas Hier ist nix Nee Vielleicht ist irgendwo irgendwo über Wasser der da Ah ja ich seh den Ich seh den Trompetentyp Der ist über Wasser Ist überhalb des Wassers Ich hab ihn grad angeschossen Er leuchtet Oh ihr miesen Sack Gesichter von Entwicklern Der ist über Wasser der ist Da muss man auftauchen erstmal Ja ich weiß ich hab ihn gesehen Passiert jetzt was? Offensichtlich Okay Wir sinken Ja man muss erstmal auftauchen Und den finden Das ist ja Wahnsinn Oh das ist so mies Das ist wirklich mies Oh und jetzt können wir gleich den Flaschen zuflutzen Hey Oh nein Okay wo sind die hier? Wir haben Jungs Aber wir haben auch die Dinger hier Wir haben Na komm aufladen uns Und zack Oh ja Oh ja Das verdammt ordentlich Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Tot! Na komm Zack Da ist noch einer hier Nicht mehr Bist du noch weiterer? Ich höre sie Aber ich seh sie nicht Wir haben Muscheln Wir haben faule Muscheln Und da sind noch mehr oder? Ja hinter dir Hinter mir ist jetzt gut aber Hinter dir Ich feiere Ach du Scheiße Keine Sorge sie sind super schwach Die sind halt One-Shot Die sind halt One-Shot Na den können wir jetzt benutzen Äh hast du mich grad weggeschossen? Ich hab versucht auf den Flaschenzug zu schießen Kannst den durch Kannst den nutzen? Keine Ahnung wie man Theoretisch Mach du mal Flaschenzug benutzen Ja Ja Dann guck ich auf die Ich guck auf die Tür Ja Ich weiß auch nicht was man drücken muss dafür Ich auch nicht Probier's mal mit Versuchst du mal mit F Ne F nicht Tee Ähm Müssen wir vielleicht zu zweit machen? Glaub ich nicht Hau ruck Ah mit W Ja Jetzt Ich musste nur einmal brüllen Was auch immer da kommen mag Sieht aus wie ein Parcours Raum ehrlich gesagt Sauberer Schuss Oha ok ich bin unter Wasser Warum? Äh ja weil du grad ins Wasser gefallen bist Ok ich komm hier nicht mehr raus Ich bin festgebracht Oh Gott Äh Mordi? Jo? Ich komm hier nicht mehr raus Tauch runter Im Zweifel gehst du einfach runter Oh nein der ist ein Portal oder? Ich bin unter Wasser Ok Ja hier vielleicht Ah so Sehr schön Wunderbar Wo jetzt damit? Gut Keine Ahnung Wir sind auf jeden Fall in irgendeiner unterirdischen Hülle Auf das Schiff sein wir mal Ich glaube auch auf das Schiff sein wir raus Flaschenzug nutzen Flaschenzug Jetzt weiß der wie es geht Ja Einfach weh drücken Ich glaub du musst drauf springen oder? Ich versuch's Äh weiter flieg nicht Äh ne ich bin noch nicht drauf Warte ich kann hier hoch Bestimmt irgendwie Ok Moment ich lass ihn wieder runter Wenn ich verstehen würde wie Ohhhh ich kann wieder nicht nutzen Ich komm hier nicht hoch Es geht Komm Du kannst Du kannst es Ich komm da nicht hoch Ah hier Sehr schön Ich bin drauf Ich muss ihn anscheinend weiter ablassen Und zurück 3 2 1 und ich muss springen Und nu? Hopp Hallo Ja und nu? Wir gehen da hoch wo wir sonst nicht hin kämen Ok hüpf Hm ich sag's ja rätsel Parcours Raum Ich muss kreuchen Oh ok Die Dame ist anwesend Schieß nicht durch die Kraftfelder Wir haben da keine Chance gegen Die wird sowas von der Final Boss Und weiter Verdammt ich bin wieder unten Ähm Ja toll Ähm Modi Ja Ich bin hier wieder unten Ja dann hol den Flaschenzug runter Ok Du musst halt den Weg nochmal neu machen Flaschenzug So Wie kann ich jetzt hier den Ok funktioniert bei mir nicht Dann einfach nochmal neu versuchen Geht auch grad nicht Ich hänge Ok was passiert hier? Ui 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 Ihr kommt aber direkt aus Zappennautica Uh Du hast das Schiff runtergelassen Jetzt sprintet drauf und komm hoch Ich komm hier grad nicht raus Äh ich bin da drun Ok jetzt Ich komm hier ja Ich komm hier ja Trenn doch Warum gehst du hier hin? Wohin? Das Schiff das du runtergelassen hast gerade Oh mein Gott Äh nö Wirst du da bitte runterkommen? Doch nochmal raus Und wieder rein Also irgendwas passiert aber Irgendwie auch nicht Ja es backt wieder Geh raus und wieder rein Doch mal Doch mal Doch mal Nö Na herrlich Ja du hast verstanden Atmosphäre Ok Ja Für nen kurzen Moment hat es geklappt Ja das ist super buggy Ach komm schon Ach komm schon Jetzt ist es Jetzt hier Cool und ich bin auf dem Schiff wo ich absolut nichts bin Und drauf hier Ich kann mich nicht bewegen Na komm Na komm Was brauch ich hier? Verdammt 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 Drauf hier verdammt Knapp verfehlt Moment ich lasse es hier runter Ich hatte es ja schon fast Du musst einfach nicht gut im Video spielen Bin ich schnell Ich habe halt keine Reaktionszeit hier So Jetzt kannst du ganz gemütlich hin Ich halte es in Position Na komm da komm da komm da komm Und mit drauf Und jetzt du Hübsch Hübsch Ja Oh wir müssen über das Schiff drüber Oh Clever Ok Ich folge dir Ich komm hier rüber Folge er mir Sehr schön Oh Das ist doch nicht wahr oder? Du bist Wow Ich bin durch das Schiff durchgefallen Ja ich habe es gesehen Hier ist noch eine Planke Hier komme ich vielleicht Sollen wir hier vielleicht hin oder? Ey wir müssen hier weiterhaken Ich muss mal ganz kurz den Vorhang zu ziehen hier Mach das Ah hier haben wir wieder so ein Rätsel hier Es ist fast Sonnenlicht hier in mein Gesicht gekommen Irgendwie haben wir hier wieder so ein Rätsel hier Mit den Statuen Ja Äh Wer von uns legt den Dreizecker ab? Ich muss was essen Sekunde Ja ich kann nicht durchschließen Moment So wie brauchen wir es? Wir brauchen Kettenmann unten Ok Jetzt Teilmann brauchen wir oben Ne brauchen wir Mitte Ah der hätte bleiben können Verdammt Ok wer muss jetzt noch? Ich muss grad nochmal nachladen So und der Korallenmann muss nach oben Ok passt Wo ist der vom Schiff Typ? Um Such mal über dir Guck mal über dir Vielleicht Ich weiß noch nicht wie wir rankommen Wo ist er denn? Moment bist du ja ganz zurück vielleicht? Könnte sein Ich geh ganz zurück Ne Quatsch er müsste auch hier in dem Raum sein oder? Ich seh ihn nicht Ich guck mal der müsste eigentlich Logikmäßig hier sein Ok Hast du ihn gefunden? Nö Hm Ich guck mal der Rüm nochmal nach Das ist einfach ein halbes Wimmelbildspiel hier Finde den Mann mit der Trompete Damit er den Weg öffnen kann Das ist Vielleicht da oben wieder irgendwie Wir wissen ja wo er ist Wir wissen halt nur nicht wie er rankommt Ne ich weiß nicht wo er ist Wir hatten die noch schon Das ist derselbe Raum Vielleicht können wir hier durchfeuern Hier so Na komm Im Dreizer kannst du doch nicht durchfeuern Wo ist denn der? Da oben Aber wie kommen wir da ran? Das muss doch gehen hier Wieso kann ich mit dem Dreizer nicht da durchfeuern? Der Schuss ist zu breit Ich werde zu viel trainieren Und nun? Äh Also einer von uns könnte den ganzen Weg zurückgehen Vielleicht kann man mit dem Schottgang hier Mann Das ist doch einfach nur nervig Vielleicht kann ich ihn anvisieren mit dem Nö Was sagt dein Chat? Irgendwelche hilfreichen Tipps? Da ist grad niemand Moment Nein Nein Das ist es nicht Ich dachte wir könnten ihn vielleicht hier runter schießen Oder so Komm schon Irgendwas muss doch passieren Einfach in die Luft schießen irgendwo Vielleicht treffen wir ihn ja mal Ich geh ganz zurück Wart mal Mach das während ich versuche Oh Ich hab was getroffen scheinbar Wie zum Fick hast du das gemacht? Mit der Schottgang Hat's was ausgelöst? Ich guck gerade Vielleicht öffnet sich das Tor hier Es hat zumindest orange gelöchtet Oh großartig Jetzt darf ich den ganzen Weg zurück gehen oder was? Ist jetzt hier was passiert oder nicht? Also das Tor ist nicht auf Wir sind hier immer noch reingesperrt Es hat auf jeden Fall orange gelöchtet Irgendwas ist passiert Ich komm jetzt erstmal zu dir wieder hoch Moment Es ist nichts passiert Es muss was passiert sein Es passiert immer was Hier gibt's so einen kleinen Spalt Mit dem man ihn glaube ich treffen kann Sind die Statuen dann noch richtig? Ne die sind natürlich nicht richtig Ach die sind nicht richtig Du musst der mit den Ketten Der mit den Ketten muss nach unten Dann wirst du die wahrscheinlich bei deinem Shotgun Massaker irgendwann getroffen haben So jetzt Ich glaube jetzt ist es richtig oder? Obo ist Der mit den Ketten muss nach unten Der mit den Ketten muss nach oben Und dann nach ganz oben Kette unten bis nach oben Ja passt Passt das alles? Ja Dann versuche ich nochmal Da oben hier Du willst du keinen Da hier Lol Ein Millimeter Das ist so ein Millimeter zwischen den Hützern durch Ja gut du hast die Snipe Mit der Sniper geht das vielleicht eventuell Ja hier ich sehs Ich sehs ich sehs ich sehs Aber ich treffe nicht Ist halt wirklich sau schwierig zu treffen Seh den halt nicht mal hier mit dem Ich seh ihn auch nicht Aber irgendwie dort Ich sehs dort Gleicht Ganz leicht schimmern Da ist ein bisschen deshalb Ein bisschen Hellblaue schimmerts Ich glaub ich hab ihn getroffen Es hat alles nur Ja du hast ihn getroffen Da passiert was Es hat alles Zufalltreffer Ich muss halt wirklich Ok und es ist Es passiert irgendwas Ich geh zurück Und ich gucke Und Ja Wasser steigt Wasser steigt Aber wir sind in der Höhle drunter Wieso das hilft Nein ich nicht Oh scheiße Ich schon Ich lasse mich aufsteigen Ok ich versuche aus der Höhle raus zu kommen Ja und du ertrinkst Da bin ich Kann ich die Leiter jetzt nutzen Eigentlich natürlich nicht Gut Wo können wir hinspielen Können wir auch Aber ich kann die Leiter benutzen Hm? Ich bin oben Wie hast du das gemacht? Ich hab die Leiter benutzt Oh man Ah jetzt gehts Flaschenzug Flaschenzug Na mensch funktioniert die ja nicht Doch jetzt Hey Was passiert? Ach das passiert Wart mal Dann müssen wir rüber So Und jetzt Ich meine hier ist noch was Hier ist noch eine Plattform Ah nein Quatsch das ist Wir müssen hier dann Moni Hier Ja ja ich weiß ich Ich hab hier nur alles angeguckt Und nun Ach jetzt sind wir hier auf der Ebene wo der Drixack ist Hier wo der Oh du Sau Oh Genau hier sind wir jetzt auf der Ebene Mann das war echt Das war eine Nummer Es war aber spaßig Ich hab ja Ich hab das Wasser steigen lassen Zurich zum Schiff Und nun Ok dann Checkpoint Äh jetzt brauchen wir Muschel Ding Und da kommen wir nicht durch Kapost macht teil Und wir haben's Jo Und durch Ja Jetzt haben wir hier ein Schiff Da müssen wir wahrscheinlich drauf Ach da wo du lang gehst vielleicht Ja Keine schlechte Idee Moni Über die Seine Über die Korallen rüber Und auch an Bord Versuch nicht an Bord des Schiffes zu gehen Sagt sie gerade Ok Ok Wir sind an Bord des Schiffes Und wo bist du? Ich steige auf Die versunkene Pearl Die Sache Schlüssel zum Aufschließen benötigt Wir brauchen einen Schlüssel Wir haben Jungs Wir brauchen einen Schlüssel Wir brauchen einen Schlüssel Du hast den Dreizack Du schießt auf sie bitte Mache ich So Ich habe ihn hoffentlich getroffen Und den dritten Neuen Moment Oh Ich feuere Habe ich irgendjemanden getroffen? Keine Ahnung Aber ich schieße mit den dicken Kanonen Wahrscheinlich sollen wir das auch Oh da ist ein ganz dicker hier Ich versuche mit den Ich versuche es mit dem Ding Kokosnoß 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 Und zack Durch hier Au, Munition. Oh, Montag, wir brauchen einen Schlüssel für die Tür. Ja, den kriegen wir, wenn ihr die Dinger besitzt habt. Das ist ja immer so. Okay, mein Dreizack hat sich aufgelöst. Oh. Ich bin unbewaffnet. Du hast immer noch deine Pistolen. Warum hat sich mein Dreizack aufgelöst? Keine Ahnung. Spontane Auflösung. Okay, ich kann auch scheinbar nicht zielen. Moin, ich kann nicht zielen. Ich kann nicht mit der Pistole. Du hast gerade geschossen. Ja, aber ich kann nicht zielen. Ach so, du meinst von deinem Skin Level her und nicht vom Bug her. Nee, vom Bug her. Ich kann schießen, aber ich kann nicht zielen. Ich kann nur wild in Luft schießen. Welche Mauskappen? Geht nicht. Es ist blockiert. Ich kann nicht durchs Skop. Ich kann nur ein No-Skop. Kannst du Waffe wechseln? Auf deinem Schwert wieder? Ja. Aber ich kann... Also mit der Gang kann ich nur ein No-Skop schießen. Dann würde ich sagen, lass dich mal umbringen. Du wachst auch richtig übel bei mir gerade rum. Das ist schlecht. Du stehst gerade genau... Moment. Du stehst gerade genau hier, wo ich jetzt bin. Bei mir. Okay, das ist schlecht. Ist dein Stream eigentlich noch online, weil ansonsten liegt es an deinem Internet. Nee, ja, das Stream ist noch online. Und jetzt kann ich auch wieder schießen. Ja. Dann hattest du wahrscheinlich nur einen Hänger. Ich meine, du stehst bei mir immer noch exakt hier, aber... Ich stehe auf der genau anderen Seite des Schiffes, Moni. Ich weiß, ich sehe deine Kugeln zweimal. Ich sehe, wie du schießt und ich sehe, wie sie ankommen. Ich glaube, das Schiff ist sowieso ein bisschen buggy. Du bist nämlich schon länger... Du läufst sehr lange auf einer Stelle bei mir. Ist ja egal. Ist aber lustig. Jetzt schieß an dir, nirgends sie. Ich schieße schon. Ich muss gerade wieder aufladen. Ich esse gerade was. Sehe ich nicht. Bei mir trainierst du immer noch deine Ausdauer. Und du hast dich geirrt. Das ist der Endboss. Nicht die große. Noch sind wir nicht am Ende. Ich habe ihn gerade erledigt. Ich habe ihn gerade getötet. Belohnung erhalten. Belohnung für Stufe 10. Ich bin durch. Müsste jetzt irgendwo einen Schlüssel geben. Die Höhle bebt. Okay, ja. Oh. Das Kraten-Dings, das Cthulhu-Dings kriegt aus der Umstellung. Wir müssen ein Statuen ausrichten. Aber wo? Es gibt keine Statuen. Die Statuen stehen da unten. Okay. Kanonenseitig. Aber in welche Richtung sind wir das ausgelassen? Ich weiß es nicht. Ausrichten. Boah, das ist so. Ich glaube, wir gehen mal vom Schiff runter, würde ich sagen, oder? Nee. Ich würde sagen, wir bleiben hier. Oh. Ich komme mal auf die Leiter. Die Leiter kannst du verwenden. Wir können nach oben. Die Leiter benutzen, Molly. Ja, du benutzt gerade die Leiter bei mir. Du bist, glaube ich, wieder frei. Ja. Du existierst wieder. Und jetzt? Okay. Sind wir hier oben? Und nur? Nun. Auf den Mast vielleicht. Auf den Mast können wir drauf. Oh ja. Was machen wir? Ähm. Keine Ahnung. Ich habe keine Munition mehr. Du musst gleich mal schießen. Du wachst auch bei mir richtig hart. Ja. Ignorierst halt. Ist halt schwer, weil wir können uns das keine Position mehr. Ich bin gerade gefallen. Ich nehme die Leiter wieder runter. Vielleicht mach mal ein bisschen Munition. Bei mir läuft gerade alles flüssig. Cool. Also. Ja, aber ohne Scheiß kannst du, kannst du mal versuchen, dich umzubringen vielleicht. Wieso? Damit wieder alles halbwegs synchron ist. Es ist nämlich echt scheiße, wenn du halt die ganze Zeit an einer Stelle bist und bei mir unsichtbar. Versuch gerade die Kanone aus, die Dinger auszurichten. Irgendwie nicht. Wie müssen wir sie denn ausrichten? Hast du das schon? Ich habe keinen Plan. Ich bin jetzt hier oben auf dem Ding. Ich glaube, bei mir laufst du auf dem Mast. Ich laufe auch auf dem Mast. Das tue ich tatsächlich. Das tue ich tatsächlich, Molly. Ich glaube, ich bringe mich mal um, vielleicht weh, das ist das Ganze. Ne, wir kommen auch gar nicht an die anderen Staaten. Aber was sollen wir machen? Wir brauchen irgendwas anderes. Wir brauchen einen Schlüssel für die Tür dort unten. Gibt es hier oben irgendwo einen Schlüssel für eine Tür? Alter, wir müssen aber definitiv irgendwas anderes machen. Das muss doch einen Grund. Und es muss einen Grund geben, warum wir da hoch können. Hier können wir auch nicht hoch. Schlüssel zum Aufschließen benötigt. Oh, ich kann den Anker lichten. Noll. Bringt's was? Ja, irgendwas bringt's. Du weißt bloß noch nicht was. Noll, du ziehst das Schiff hoch. Jo. Kannst du es mal wieder runter? Ne, Quatsch. Lass es mal oben. Ich kann jetzt von hier unten aus ins Schiff rein. Jo. Na, dann auf geht's. Wer ist denn Anker? Okay. Lass es wieder runter, bitte. Ich bin fast da hier. Ja, ich bring mich mal weiter um. Ich müsste gleich wieder respawnen. Okay, jetzt wird hier geschossen. Er wird scharf geschossen. Gut. Äh, du mir gefallen und stirb mal. Äh. Du bist gut dabei, oder? Okay, ich bin... Äh, okay. Das Schiff fällt wieder runter. Voller Beschuss. Wir müssen drüber. Hier rüber, hier rüber muss ich. Wir müssen gar nicht. Ich warte auf... Ich warte beim Fährmann gerade. Ich bin wieder an Land. Ja, und ich existiere gleich auch wieder. Moment. Ich höre Schüsse. Ja, du lebst wieder. Ich hab die ganze Zeit gelebt. Ja, war beim Geh jetzt wieder. Es war also beim... Aber das Schiff sinkt... Wie wurde ich gerade geportet? Aber das Schiff sinkt weiter ab. Ist doch scheißegal. Wir können doch wieder hoch. Dann gehe ich an den Anker und du... Ja, einer muss an den Anker gehen und... Oh, das ist doch nicht wahr. Einer muss den Anker und einer muss den... Und einer muss schießen, Modi. Ja, dann machen wir das so. Dann gehe ich an den Anker und du schießt. Du hast die Snipe. Bist du schon auf dem Schiff? Nein. Ich bin gerade von den Dingern runtergeschossen worden oder bin gerade runtergebackt. Ja, das Schiff sinkt auch... Das Schiff sinkt auch gerade wieder ab. Ja, es kommt sehr langsam. Und ich habe nichts mehr zu essen dabei. Ich warte. Probier ein Fass. Du hast gerade Action am Laufen. Ne, ich habe gerade absolut keine Action. Bei mir ist auch gerade nichts los. Ah, da ist Modi. Ich sehe dich. Komm an Bord. Mann, der Bus braucht heute wieder lang. Und jetzt drehe das Ding. Und ich drehe das Ding und du schießt. Ich kann den Anker nicht lichten, also musst du. Ich kann den Anker nicht lichten. Und du kannst schießen. Das stimmt wohl. Bei mir wachst du gerade. Bei mir bist du gerade wieder unten. Aber gut. Solange du schießen kannst, ist das egal. Ah, cool. Wir haben so beide gerade die Connection-Probleme. Ist mir wurscht. Solange du schießt einfach. Ich schieße so gut ich kann. Sobald du die Leute siehst, einfach drauf schießen. Du wachst bei mir glaube ich auch gerade übel. Er ist doch egal, solange wir es schaffen. Sagen wir danach halbwegs wieder. Auf einem Nennersee ist alles gut. Jetzt müssten wir irgendwie auf der Höhe der Leute sein. Ach, ich sehe deine Schüsse. Aber dich sehe ich nicht. Du bist unsichtbar. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ich stehe gerade unten. Hey, du bist einfach unsichtbar. Okay, cool. Und ich bin ein Geist und du... Ja. Schüsse aus dem Nichts. Ja, dafür teleportieren sich deine Schüsse bei mir. Wir fallen gerade hier, oder? Ja. Versuch den Anfänger. Ich bin gefallen. Ich bring mich eben um. Aber das Schiff ist noch oben. Ja, ich aber nicht. Die haben mich runtergeschossen. Aber das hört irgendwann... Ich kann... Irgendwann hört das auf und geht von uns selbst runter. Man muss da selbst... Man muss das kontrollieren. Und das dreht sich dann, wie du willst, das Ding. Also einer muss sich darauf konzentrieren, das Ding gerade zu halten. So wie ich das gerade mache. Und einer muss schießen. Ich bin jetzt erstmal bei der Fähre. Bist du wieder auf dem Schiff? Kannst du schießen, oder? Nein, ich bin tot. Ich versuche gerade, einen von denen zu schießen. Ich bin auf dem Schiff. Ich bin auf dem Schiff, hey. Ich habe einen erledigt. Einen von denen habe ich erledigt. Jetzt müssen wir wieder hoch. Bist du auf dem Schiff? Ich bin auf dem Schiff und ich schieße. Und ich versuche, das wieder hochzubringen. Ja. Ich bringe uns wieder hoch. Wir sehen nur deinen Name-Tag verschwinden. Oh, cool. Ja, seltsamer Bugs hier. Ist ja auch ein Spiel, das gibt es erst seit ein, zwei Tagen. Das ist noch Early Access. Einen habe ich schon erledigt. Na komm, ich habe keine Munition mehr. Schieß. Ich muss mich heilen. Sonst wird dir gar nichts mehr geschossen. Dann heil dich. Ich bin geheilt, ich schieße wieder. Warum zäpfe ich den Krammann nicht? Okay, die Kollegen kann ich aber killen. Ich glaube, meine Schüsse funktionieren nicht mehr. Ich bin gerade geforstet worden. What the fuck? Alles gefixt. Gar keine Probleme hier. Warum funktioniert hier nichts mehr? Alles ist kaputt. Okay, ich habe wieder einen erledigt. Ich weiß nicht, ob ich Schaden mache. Ich weiß nicht, ob ich noch da bin oder ob ich nur noch eine Illusion bin. Die denkt, sie wäre da. Ich habe gerade zwei umgebracht. Ja, cool. Ich schieße auf sie, aber... Ja, doch. Meine Schüsse machen wieder Schaden. Sie haben wieder einen Effekt. Sehr gut. Ich versuche, das Schiff auch noch umzuhalten. Das ist ja auch noch die Schwierigkeit. Du musst gleichzeitig das Schiff umhalten und gleichzeitig schießen. Ich habe keine Munition mehr. Oh mein Gott. Die respawnen schon wieder. Warum? Ja, es ist halt ein Wellenkampf. Das ist ein klassisches Prinzip. Ich gehe respawnen so lange, wie ich hier nicht mehr respawnen. Halte durch. Ja, du, ich habe kein Problem hier. Ich bin doch schon saulang nicht mehr von jedem abgetroffen. Schade, dass wir keinen... Das Ding ist, die wir mit dabei haben. Tod. Ich schieße einfach weiter. Mach das. Okay, wir müssen erst mal den finden, der sie gerade teilt. Das ist du? Ich halte mich mal kurz selbst. Mach das. Und ich rasier währenddessen einfach alles weg, gerade. Ich versuche auch ein bisschen zu helfen. Ich glaube, du bist unsichtbar gerade. Ich lange meine Schüsse treffen. Also ich sehe zumindest Schüsse fliegen, aber ich sehe halt dich nicht. Ich dich auch nicht. Ich glaube, wir verlassen langsam unten die Dimensionen, die wir beide bevonen. Ja, Hauptsache wir treffen und wir schaffen es irgendwie. Dann können wir gerne unsichtbar sein. Es ist wie bei Dark Souls. Die Angriffe treffen, aber wir sind eigentlich nicht anwesend. Okay. Ja, jetzt bist du wieder da. Haben wir es geschafft? Ja. Du gleitest auch sehr hübsch durch den Boden. Ja. What the fuck. Aber ich sehe dich noch nicht. Du bist bei mir noch unsichtbar. Okay. Schließt sich irgendwas? Ich sehe dich immer noch nicht. Du bist immer noch unsichtbar. Ah. Wir haben jemanden an Bord. Wir haben viele an Bord. Jetzt brüchte ich gerne den, 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 hier, den Dreizack. Ja, damit haben wir schön alles gewonnen. Schattet. Fuck. Fuck. Nein. Oh, ich bin tot, hey. Okay, ich bin schon wieder an. Ich gebe noch. Da ist er tot. Okay, einen habe ich getötet. Ich muss was essen. Guck ich auch gleich drauf, ich wette. Kurz was essen. Lass dich einfach aus Spaß mal umbringen. Nicht aus Spaß. Nein, vielleicht behebt das wirklich die ganze Scheiße. Wenn wir einfach mal gleichzeitlich tot sind. Nein, ich heil mich gerade selber wieder. Du bist einfach zu gut. Ich lebe wieder. So, wo ist die Scheiße? Hier hinter mir. Ah, jetzt sehe ich dich. Ah, ja, du bewegst dich auch wieder. Glaube ich. Na komm. Na scheiße. Gehst du? Stehst du gerade hinten an der Tür bei... Nein, du rennst wahrscheinlich gerade über das Schiff, oder? Äh, ja. Gerade stehe ich neben dir. Du lebst also nicht. Na komm. Ich heile. Ich heile. Ich heile. Du musst dich auch mal wieder machen. Und ich bin tot. Kannst du mich wiederbeleben, zufällig? Äh, das kann ich tatsächlich nicht. Ich habe die Option nicht, weil ich nicht weiß, wo du liegst. Dann hebe die ja an der Tür. Ich sehe aber keine Meldung. Okay, dann gehe ich mal sterben. Dann gehst du mal sterben. Okay, ich bin auf dem Schiff. Mach du mal weiter. Ja, ja, ich erledige die alle. So, ich komme zurück. Mal schauen, wo ich aufwache. Ah, da bin ich. Die werte Dame hat unser Schiff in Ruhe gelassen. Ja, du existierst bei mir immer noch nicht. Ah, sehr schön. Nice, okay, wir müssen hier rüber. So, nur. Und ich falle! Ich bin nicht mal gestorben! Und ich bin drüben. Aber wo müssen wir jetzt hin? Hier ist nichts. Ich weiß nicht, ich sterbe gleich. Moment. Hier ist nichts auf der Seite. Ich töte mich eben. Hier sind die Kanonen. Oh, kacke, ich bin auch gefallen. Hm, dann bring dich mal um. Würde ich sagen. Aber wie? Äh, Teilschaden. Ich bin ganz unten. Ich kann nicht, ich kann nicht der Schall fahren. Du kannst hoch auf die Korallen und dann einfach von da runter springen. Das macht genug Schaden. Aber das Schiff sinkt weiter ab. Weil gerade keiner auf drauf ist. Bin nicht sicher, ob das Schiff überhaupt noch sinkt. Wir haben nämlich einen Checkpoint. Ne, ich krieg mich niemals tot. Mach einfach weiter. Ich warte hier sogar auf dich. Oh, ist das lästig. Okay, ich bin im roten Bereich. Oh, ich habe das Schiff. Ich kann auf das Schiff wieder drauf. Wenn er jetzt so weit unten ist. Warte, aber bis dahin komme ich auch kurz. Ne, warte. Ich mache mich tot. Oh, ich bin auf dem Schiff. Hey. Oh Gott, ich hasse das. Ich ziehe uns wieder hoch, glaube ich. Ich bin immer noch nicht tot. Okay, warum nicht? Du bist einfach zu gut. Du hast zu viel auf Leben geskillt. Ja. Und da muss ich auch mal wieder weiter gucken. Pen and Papers. Hm? Pen and Paper muss ich auch mal wieder gucken. Ist ein neues von Funk raus übrigens. Ne, bei Rocket Beans gucke ich die. Habe ich die mal geguckt. Ja, aber die von Funk musst du auch echt nachholen. Die sind fantastisch. Ne, ich wollte erst mal Beards zu Ende gucken. Oh Gott, du bist doch da. Ja, ich habe halt irgendwann aufgehört. Mitten in der Story habe ich dann irgendwann mal keine Zeit mehr gehabt. Warst du schon an dem Besoffenen? Auf jeden Fall. Die gute alte Live-Show. Wie hieß die Insel nochmal? Die Live-Show hier, wo der besoffen war. Wo er dann immer gesagt hat, ihr kommt an eine Insel. An eine kleine, mittlere, mittlere, kleine Insel. Eine kleine, mittlere Insel. Sie ist ein Fischerdorf. Ja, sie ist ein Fischerdorf. Woher weißt du das? Ich schieße auf den Tartel. Und die Endmoder-Zahlen sind dann auch immer anders. Oh mein Gott, Boss. Ich komme zu dir. Hoffentlich nicht unsichtbar. Mal schauen. Jetzt bin ich neben dir. Ich komme zurück. Ja. Okay, du gleitest nur bei mir. Ach ja. See of Dears. Wenn wir wieder in der richtigen Welt sind, wird sich das wahrscheinlich legen. See of Dears. Ich schieße auf die Tintakel. Ich kann die Munitionskiste grad nicht nutzen. Was? Soll ich auf die Tintakeln schießen? Oder worauf soll ich schießen? Oh, die Augen. Er hat Augen. Sie, das Gesicht. Erstens ist es eine Sie. Bitte. Und zweitens... Ja. S. Ich würde sagen, es ist ein S. Hast du gerade sämtliche transsexuellen, nichtmenschlichen Wesen beleidigt? Deine Karte ist doch eindeutig ein S. Ich würde mal aufs Auge schießen, oder? Ich bin gerade dabei. Macht es überhaupt Sinn, hier auf irgendwoher aufzuschießen? Ich habe kein Essen mehr. Und ich bin tot. Wie bin ich nicht gestorben? Ich bin gestorben. Ich bin tot. Ich habe 1% Leben und muss mich jetzt wieder selbst töten. Oh, sie hat mich erwischt. Sie hat mich getintet. Ich bin vor der Nahrungsmittel-Truhe gestorben. Cool. Äh, wo bist du? Bist du am Fährmann schon? Äh, nö. Dauert eine Minute. So, jetzt bin ich hier. Hi, Maudi. Du lebst hier tatsächlich wieder. Also, du kannst dich bewegen hier. Das ist ja gut. Cool, das ist der Shift Buggy. Na dann. Dann haben wir das Ganze auch gelöst. Ich bin mal weg. Bei mir braucht es noch eine Minute. Und ich schieße. Und ich komme. Der Bosskampf startet neu, oder? Ich fürchte es. Nee, Quatsch. Das Gesicht ist weg. Das war eine 2. Warum es heute ist? Oh, sie ist wieder da. Sie hat mich wieder runtergebissen. Kann ich von dir umschauen? Ich hole mir mal Proviant. Und ich töte mich wieder selbst. Mensch. Ach, das ist ein schönes Spiel hier. Aber worauf soll ich zielen? Auf die Tentakel oder auf die Augen? Schieß einfach aufs Lied. Schieß gerade auf den Tentakel. Irgendwas muss das doch bringen. Und ich töte mich. Warum tötest du dich? Weil ich wieder unten bin. Warum bist du unten? Sie hat mich runtergebissen. Ganz ehrlich. Ich sag's nicht gerne mal. Sie hätten das Schiff echt bis zur fucking unsichtbaren Wand umgeben sollen. Einfach. Das ist so nervig. Ich treffe hier auch nichts. Weißt du was? Ich nehme jetzt mal die dicken Kanonen. Sniper. Irgendwas muss das doch nehmen. Irgendwas muss doch... Wir müssen auch die Schüsse bringen. So. Okay, sie hat mich jetzt gebissen. Ich bin da. Neu ausgerüstet. Oh, ich seh dich. Okay. Ich bin tot. Warum bin ich tot? Ich hatte volle Energie. Ich hatte volle One-Hit-Kill. Ich glaub, die Shotgun könnte Schaden machen. Ach der Scheiß hier. Ist halt ein Buskampf, ne? Was soll der Dreck? Schaffen wir das noch irgendwann? Ich gehe davon aus, es dauert halt. Ich meine, wir machen ja definitiv Schaden, aber... Vielleicht ist es danach auch vorbei, oder? Das ist ein Buskampf. Das ist natürlich danach vorbei. Das ist wie Davy Jones' Schiff. Es dauert arschlange. Aber... Oh, Mann. Davy Jones' Schiff hatten wir noch gar nicht. Doch klar, wir haben gegen den in der Totenwelt gekämpft. Sie hat mich runtergebissen. Ich habe keinen Schaden durch den Fall gekriegt. Jetzt habe ich Schaden durch den Fall gekriegt. Was ist das? Jetzt habe ich verspäteten Schaden gekriegt. Das hat dich wahrscheinlich auch getötet. Also ich würde sagen, das Spiel ist komplett bugfrei, oder? Was meinst du? Das Spiel ist komplett bugfrei. Ich glaube, die Realität ist einfach asynchron geworden. Ah, Mensch, hier ist... Hier ist jemand anders. Oh, Wiking-Erwüstung. Nice. Ich habe das Spiel, der Kommt. Startet der Buskampf immer von neuem, oder warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich befürchte es aber... Nein, ich befürchte es nicht mal. Nicht... Ich weiß... Ist ihr Gesicht eigentlich da bei dir gerade? Kanonenfass. Ich versuche mal gerade was. Versuche mit der Kanone zu schießen. Hast du... Hast du... Hast du Kanonenkugeln? Ich habe Kanonenkugeln. Wo hast du Kanonenkugeln her? Ich kann sie nicht schießen. Ich habe sie getroffen. Hey, wir haben 99 Kanonenkugeln. Ich glaube, wir hätten Kanonenkugeln nehmen müssen. Ja, aber ich bin tot. Ich bin schon wieder tot. Und ich bin... Wir müssen das ganze Ding nochmal neu machen. Aaaaaah! Wir müssen Kanonenkugeln nehmen. Wir müssen Kanonenkugeln nehmen! Okay, wo sind wir? Wir sind wieder am Anfang. Ja, der Schiffsraum ist verpackt. Du existierst nämlich bei mir wieder. What the fuck? Okay, vielleicht kriegen wir es jetzt mal hin. Ich hoffe, dass wir nicht die ganzen Skelettsachen auch noch machen müssen nochmal. Ich befürchte es fast. Oh, okay. Und ich habe keine Nahrung. Ich habe keine Heilung. Yay! Und es ist vielleicht weiterhin verpackt. Sehen wir gleich, wenn du aufs Schiff kommst. Ich komme nicht durch, durch die Wand. Du musst auch wieder auf die Muschel schießen. Auch probieren fast. Oh, Mann. Komm aufs Schiff und wir sehen, ob du backst oder nicht. What's the bug? Das ist kein guter Bosskampf. Ja, das Schiff ist buggy. Wenn es denn nur ein optischer bug wäre, dann. Es ist ja ein optischer bug. Sie ist halt zusätzlich noch asynchron. Okay, versuchen wir mal die Kanonen zu benutzen. Wir entnehmen sowas von die Kanonen. Laden sie durch. Jetzt sag nicht, dass wir nochmal... Bitte lass uns zum Bosskampf. Bitte sag nicht, dass wir jetzt abgestützt sind. Ja, sind wir. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Nein, ich kann jetzt nicht neu starten. Es ist zu weit fortgeschritten und wir wissen, wie ein Neustart endet. Wieso kommen wir hier nicht mehr durch? Vielleicht sollten wir wirklich eine Neustart versuchen. Ich starte neu. Warte, ich komm gerade durch. Ja, schön. Ich hab jetzt gerade die Sitzung verlassen. Ich versuch's noch einmal. Vielleicht klappt's ohne dich. Du bist der bug. Das ist durchaus möglich, wenn du es im Singleplayer machst. Andererseits glaube ich, dass es die Server sind. Aber ich will definitiv nicht nochmal erfunden, die ganze Schifffahrt und so. Nee. Er will nochmal die Schifffahrt machen müssen, also wir raus wollen. Machen wir's beim nächsten Mal nochmal. Vielleicht starte mal neu. Ich kann ja hier schon mal machen. Du kannst ja schon mal neu starten. Mich dann einladen. Moment, kannst du mich einladen? On the fly? Nee, ich kann ja nicht nur auf Steam. Molly, du kriegst was. Ja, stimmt. Eindringen erhalten. Okay, die lasse ich jetzt erstmal liegen. Mal schauen, wie weit ich hier komme. Okay, ich werde zurückge-teleportiert zum... Oh. Das bringt doch um Singleplayer nix. Wieso ist dieses Spiel auf der einen Seite so unfassbar cool und auf der anderen Seite so ein Haufen Scheiße? Okay, mal schauen, wo wir jetzt, wenn wir mal in der Neustart machen, landen. Also wir werden erstmal auf der Dings landen, aber es kann sein, dass wir fortsetzen können direkt. Ich hab grad mal ein Spiel, ich hab grad mal ein Spielstand. Hast du angenommen? Nee, ich hab nicht, das Regen kann ich auch nicht mehr. Hast du schon angenommen, die Einladung? Sekunde, kannst du mir noch eine schicken? Jo. Ich bin grad am Startbildschirm. Moment, es wird so. Jo. Wunderbar. Mal schauen, aber wir fahren jetzt nicht nochmal von Anfang an bis zum... Ähm, oder... Nee. Wenn wir nicht direkt fortsetzen können, dann... Na komm, leck los. Versuchen wir was. Leck mich. Ehrlich gesagt. Dann machen wir's beim Schiff mal einfach nochmal. Nee, das mach ich nicht nochmal. Dann lassen wir's einfach gut sein. Einfach abbrechen, das ganze Projekt. Nee, dann mach ich's halt im Singleplayer meine Fresse. Ja, ich muss das auch nicht so dringend. Also, wir haben ja hier schon einen Zuschauer gehabt, der es ja bis Capital... Bis Capital 5 geschafft haben will. Ja, es ist also möglich, aber... Oder der Zuschauer lügt's. So, dann steh mal für die Seefahrt. Ich bin noch am Lade-Stremen. Oh. Es dauert nur eine Minute. Schätze, wir müssen aber erstmal hinfahren. Ich hoffe, wir können's einfach fortsetzen. Hoffe ich auch, aber ich geh nicht davon aus. Okay, hier bin ich. Also fürs Zweifel abstimmen für die Muschel hier. Das andere ist gesperrt, wir können das nicht. Schade. Ja, ja, hier. Das hier. Kippen der Verdammten. Wir müssen das also wirklich nacheinander spielen. Ja, müssen wir. So ein Dreck. Dann müssen wir's abbrechen. Wenn das jetzt nicht klappt. Ich versuch's mal. Ich hoffe, ich hab das dunkle Gefühl, wir müssen hinfahren. Aber vielleicht haben wir dann wenigstens einen Shortcut, der uns da hinführt. Wir müssen wahrscheinlich hinfahren, aber wir haben dort bestimmten Shortcuts. Ich hab so keinen Bock. Wir werden wieder am anderen Ende der Map gelandet sein, oder? Wo müssen wir hin? Sag mal. Wir sind am anderen Ende der verfickten Map gelandet. Okay, wo ist die scheiß Insel? Oh, leck mich doch. Es ist... Wollen wir es jetzt noch machen, oder? Wir fahren zumindest hin. Oh Mann, wir müssen dann wieder runtertauchen und die ganze Scheiße... Oh. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir da irgendwo einen Shortcut. Dort auf der Insel. Wir haben das Spiel lang genug gespielt. Zumindest, dass wir es nicht haben werden. Also beim ersten Abenteuer, bei dem ersten Kapitel, gab's das. Das weiß ich. Aber wir haben jetzt noch weiße Säge und... Es ist doch scheißegal. Wir erzählen auch das Schiff eh nicht. Okay. Mann, wo ist denn der Scheiß? Wollen wir es gut sein lassen für heute? Nein, ich werde zumindest das Ding nochmal finden. Wir werden rausfinden, ob wir es machen können oder nicht. Alter, ich finde hier nix auf dieser verdammten Map. Blander, Außenposten, so. Old Siles, toll. Hier. Eins, zwei, drei, rüber. Bum. Oh. Wieso spott man immer oben in dieser Drecksecke? Drecksecke. Gut, ich wurde geportet. Ciao. Wo wurdest du hingeportet? Die Server sind am Arsch. Das hat heute keinen Sinn mehr. Ich bin gerade vom Schiff runtergeportet worden. Einfach random. Warum das? Ich bin raus. Ich bin raus. Das macht keinen Sinn mehr heute. Okay, ja, sehe ich auch einen. Wir müssen das mal... Alter. Boah. Das war zu buggy. Und ich würde es auch ungern wiederholen. Also, ich sehe es gerade irgendwie... Wir machen es an einem anderen Tag nochmal, sobald ein Bug auftaucht sind, mit dem Scheiß. Du kriegst das irgendwie mal hin. Du kriegst das im Singleplayer gelöst. Ja, nicht, wenn die Server gerade so dermaßen beschissen sind. Vielleicht finde ich es immer mal irgendwann mal... Wenn die Server mal ein bisschen ruhiger sind. Dann können wir das nächste Mal beim anderen weitermachen. So, Prost. Ich besauf mich hier noch. Und danke für den Lurkwiss. Siemenskan erhalten. Okay. Mordi ist nicht mehr mit da, oder? Ey, ich bin... Ich habe das Spiel direkt geragequittert, ehrlich gesagt. Wie ich gesehen habe, okay, es backt rum. Nee, ciao. Das macht keinen Sinn. Da musst du mal sagen, ob du es privat nochmal versuchst. Für den Stream macht es auch für mich keinen Sinn, das dann nochmal zu spielen. Ja, ich gucke, dass ich es privat irgendwie hinbekomme. Und ansonsten, wenn es nichts wird... Dann brechen wir es ab. Also, nach den Bugs hier müssen wir uns erstmal besaufen. Ich besauf mich hier. Prost. Auf ein weiteres bugfreies Abenteuer. Ich spiele jetzt Outer Worlds weiter. Und ich beende gleich den Stream. Wir sehen uns morgen bei Minecraft wieder. Ja. Mit weniger Wachs. Minecraft auch noch morgen im Stream. Na dann. Wo ist drin, der Modi? Ja. Alter. Ich bin dann mal raus. Na dann. Ciao. 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 Ciao.